Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 131 vom 23. Februar 2019 und wir kehren für euch wie in jeder Woche das politische Geschehen in Deutschland und der Welt zusammen. Wir, das sind an die Mikrofonen Ulf Burmeier, ich bin Jurist und heute zugeschaltet und am anderen Ende der Leitung begrüßt euch. Ich bin Philipp Hansel, ganz herzlich willkommen, ich bin Journalist und ja, wie immer treue Hörer kennen uns beide schon, wir machen das hier wie gesagt jede Woche, so wie wir das denn können und für relevant halten, eben die wichtigen Sachen zusammenzukehren. Wie gewohnt noch kurz vorweg ein paar Hausmitteilungen, die Lage live am 9. März ist ausverkauft, es gibt schon eine lange Warteschlange, da müssen wir mal sehen, was wir davon noch abarbeiten können, aber erstmal ist es natürlich eine super Sache, das HKW ist ausverkauft. Und aus diesem Grund haben wir gedacht, machen wir einen Livestream für all jene, die nicht kommen können und für unsere Abonnenten und Abonnentinnen in erster Linie, also wer sich ein Abo geklickt hat oder noch klicken möchte, kann das tun und dort gibt es dann am 9. März so ab ja halb 8, 8 irgendwie diesen Livestream, den Videolivestream. Genau, da könnt ihr live dabei sein und es wird ja auch hinterher am Ende der Show wieder so eine Frage-Antwort-Runde geben, das heißt wer im Livestream dabei ist, erfährt dann auch zugleich, wie man uns Fragen stellen kann und kann auf diese Art und Weise quasi direkt mitwirken an unserer Lage live, auf die wir uns wirklich schon sehr sehr freuen, weil das einfach so ein schöner Saal ist, da im Haus der Kulturen der Welt, der sogenannten Schwangeren Auster. Ihr findet alle Möglichkeiten für unser Abo, da gibt es ja monatliche Abos und jährliche Abos unter HTTPS natürlich und dann küchenstud.io slash plus, also küchenstud.io slash plus. Genau, dann könnt ihr euch immer noch unseren Newsletter eintragen, wo es die Shownotes gibt und wo es eben solche Announcements dann auch gibt, den findet ihr unter lagedernation.org-newsletter. Aber ja, dann würde ich sagen Ulf, steigen wir ein. So machen wir das und in dieser Woche haben wir ein Thema an den Anfang gestellt, von dem wir beide denken, dass es in den Medien ein kleines bisschen zu hoch gekocht ist, aber gerade solche Themen können ja spannend sein, wenn man sie dann mal, wie soll ich sagen, ein bisschen nüchtern betrachtet und versucht zu schauen, wo ist eigentlich wirklich das Problem. Und zwar geht es um die Frage der Rücknahme von Kämpferinnen, sind es in der Tat häufig, und Kämpfern, die aus Europa zum Beispiel nach Syrien gewandert sind und sich dort in die Dienste des sogenannten IS, des Islamischen Staates gestellt haben, also quasi sich an einer Terrormiliz angeschlossen haben und die dann zwischenzeitlich inhaftiert worden sind. Und insbesondere die Vereinigten Staaten haben da eine ganze Reihe von Menschen in Haft genommen, auf dem Schlachtfeld quasi oder irgendwie am Rande desselben. Und die Vereinigten Staaten möchten nun gerne, dass die Europäer ihre IS-Kämpfer, also quasi die Menschen, die ihre Staatsanwürdigkeit haben, insbesondere aus Syrien, aber auch aus dem Irak und aus anderen Ländern zurückholen. Und die USA drohen damit, andernfalls würden diese Menschen freigelassen, Philipp. Und das ist total hochgekocht, insbesondere am Beispiel einer jungen Britin. Genau, also da gab es eine, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das ist so eine junge Britin, die wurde von der Times oder BBC, glaube ich, interviewt, so nach dem Motto, ja, was willst du denn machen? Und sie sagt, ja, ich würde gerne wieder zurückkommen, das ist mir jetzt alles sinngemäß, also, ne, ich würde gerne wieder zurückkommen, weil hier gefällt mir das nicht mehr, ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen. Aber was da in Großbritannien vor allen Dingen für Aufregung gesorgt hat, ist halt so dieser, ja, diese mangelnde Reue, ob dessen, was sie dort getan hat und so diese Selbstverständlichkeit, mit der sie wieder nach Hause will. Das hat da für sehr viel Aufregung gesorgt und in Deutschland gibt es eben diese Diskussion jetzt auch. In Deutschland, sagen wir mal, es gibt wohl 63 Häftlinge aus Deutschland, die bei den Amerikanern registriert sind, wenn ich das richtig verstanden habe. 42 davon haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, allerdings konnten bisher nur 18 Haftbefehle erwirkt werden, fanden NDR, WDR und Süddeutsche Zeitungen heraus. Wie verstehst du das, 18 Haftbefehle quasi deutscher Staatsanwaltschaften gegen diese Menschen? So scheint das wohl zu sein, es ist ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da tatsächlich zu einem strafrechtlichen Vorwurf zu kommen, beispielsweise die sogenannte Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Also wenn man zum Beispiel in Syrien irgendwelche Terrorcamps besucht hätte und sich dort irgendwie, keine Ahnung, im Bombenbauen hätte ausbilden lassen und man dann außerdem noch nachweisen könnte, dass es da, dass es einen Hintergrund hat, auch in Deutschland Anschläge zu begehen, dann wäre an eine Inhaftierung zu denken, weil das möglicherweise ein Straftat ist. Es könnte aber natürlich auch einfach die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sein, das wäre dann strafbar nach § 129b des Strafgesetzbuches. Also es gibt eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, um eine tatsächlich strafrechtliche Vorwurf zu erheben. Also nur nochmal die Zahlen, 63 aus Deutschland, davon 42 haben eine deutsche Staatsangehörigkeit und gegen 18 davon liegt wohl ein Haftbefehl vor. So jetzt ist doch, würde ich denken, jetzt ist die Frage, sollen diese Häftlinge, die die Amerikaner festgesetzt haben, die offensichtlich beim IS gekämpft haben, sollen die zurück nach Deutschland und hier vor Gericht gestellt werden? Wie ist da die Rechtslage? Ja ganz genau und das, da muss man zunächst mal ganz nüchtern sagen, also wenn das Deutsche sind, dann können sie selbstverständlich auch nach Deutschland wieder einreisen. Also da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, ihnen zu sagen, nö, wir halten euch für gefährlich, ihr kommt nicht rein. Das ist also ja quasi Kernbestand der deutschen Staatsangehörigkeit, dass man auch tatsächlich in Deutschland leben kann. Auf der anderen Seite aber gelten eben jedenfalls einige von denen als sehr gefährlich, das heißt also, man befürchtet, dass sie hier auch im Inland dann möglicherweise weiter für den IS kämpfen und Anschläge begehen könnten. Man kann sie aber auch nicht abweisen, das heißt, es stellt sich eben die Frage, was geschieht mit ihnen, wenn sie von diesem Recht Gebrauch machen, nach Deutschland zurückzukommen. Und deswegen ist diese Zahl der 18 Haftbefitte relevant, weil das natürlich einfach bedeutet, dass es mindestens 24 Menschen gibt, die ein Recht haben in Deutschland zu leben, die man aber nicht so ohne weiteres inhaftieren kann. Und das würde natürlich die Sicherheitsbehörden vor gewisse Herausforderungen stellen, diese Menschen tatsächlich im Blick zu behalten. Das gilt ja als das zentrale Problem, dass man die Gefährder eben so weit im Blick hat, dass sie tatsächlich keine Anschläge begehen können. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahl der bisherigen Gefährder anschaut, also es gibt ja keine klare Definition, was ist eigentlich so ein Gefährder? Es kursieren so Zahlen, die immer so zwischen 400 und 600 bis 700 Leuten liegen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann sind 5 Prozent mehr jetzt vielleicht auch keine riesige Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen mein Opener zu diesem Thema, dass das vielleicht auch so ein bisschen sehr hochgekocht hat. Kann man die denn nicht anderweitig irgendwie überwachen? Also gegen die 18, gegen die Haftbefehle vorliegen, okay, da hat man Handhabe. Aber der Rest, kann man die nicht überwachen? Fußfesseln, keine Ahnung? Ja, ja, es gibt ja eben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was man da tatsächlich tun kann. Aber das mit den Fußfesseln ist eben auch nicht so ganz einfach. Einfach deswegen, weil das ja schon ein erheblicher Eingriff ist in die Bewegungsfreiheit. Und wie gesagt, die Gefährderdefinition ist extrem unscharf. Es gibt eben einfach gar nicht quasi die eine Norm, die sagt Gefährder ist, wer, sondern es gibt eigentlich, es ist im Grunde nur ein Begriff, der von Sicherheitsbehörden verwendet wird, um diese Menschen zu beschreiben. Ja, aber das ist im Grunde auch wieder ein schönes Beispiel für Framing, indem man jemanden als Gefährder bezeichnet, stellen sich natürlich bei allen Leuten, die das hören, sofort die Nackenhaare auf. Und wie gefährlich diese Menschen dann tatsächlich sind, ist eine ganz andere Frage. Das ist eben das riesen, das große Problem, also gerade aus rechtsstaatlicher Perspektive mit dieser Diskussion um die sogenannten Gefährder, dass einfach niemand so richtig weiß, wie gefährlich die wirklich sind. Natürlich ist jemand, der sich diesem IS angeschlossen hat, um da möglicherweise auch furchtbare Gräueltaten zu begehen in Syrien zum Beispiel oder im Irak, ist sicherlich jemand, wo man schnell auf den Gedanken kommen kann, dass der zum Beispiel ziemlich verroht ist. Wenn man da einfach ständig an irgendwelchen Gewalttaten beteiligt war, das macht ja was mit einem Menschen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man da jeden Einzelfall im Blick behalten. Unter Umständen kann man eben auch nicht direkt eine Fußfessel verhängen. Eventuell muss man erstmal mildere Maßnahmen ergreifen, also zum Beispiel observieren. Aber es gibt natürlich auch umfangreiche Möglichkeiten für Telefonüberwachung. Man kann auch sogar Staatstrojaner einsetzen heutzutage, wenn man halbwegs Anhaltspunkte hat. Also es gibt da ein großes Repertoire an Überwachungsmöglichkeiten. Also die deutschen Sicherheitsbehörden, die rechten jetzt in ihrem Terrorabwehrzentrum eine Arbeitsgruppe AG Hartfälle ein, um sich auf diese schwierige Situation vorzubereiten. Denn so wie du das geschildert hast, gibt es ja erstmal keine Möglichkeit, ihnen die Einreise zu verweigern. Jetzt gibt es halt diese Diskussion. Also bei denen, wir haben ja diese zwei Gruppen, da gibt es diese Gruppe von 63 Leuten, die aus Deutschland gekommen sind. Von denen waren ja nur rund zwei Drittel auch Deutsche, über die haben wir bisher gesprochen. Dann gibt es noch diese circa 20 Leute, 21 wohl genau, wenn die Zahl denn stimmt, die zwar aus Deutschland gekommen sind, aber eben gerade keine deutschen Staatsbürger sind. Und da dürfte die Rechtslage ein bisschen anders sein. Also wenn das tatsächlich Menschen sind, ohne deutschen Pass, die vorher irgendeinen anderen Aufenthaltsstatus hatten und die sind quasi nachweisbar gefährlich, dann wird es in vielen Fällen auch Möglichkeiten geben, die eben nicht wieder aufzunehmen. Wobei man sagen muss, das hängt dann sehr vom Einzelfall ab. Das heißt, das können wir jetzt so ehrlich gesagt nicht rekonstruieren, weil wir die Akten nicht haben. Also okay, aber es geht so um irgendwie zwei Dutzend Leute. Und die Diskussion war ja dann auch, kann man nicht eigentlich auch Deutschen die Staatsbürgerschaft aberkennen, wenn sie ungenehmigten Wehrdienst in einem fremden Staat machen? So ist das so ein bisschen flapsig formuliert. Geht das? Ja genau, das kursierte jetzt irgendwie so in den Medien und auf Twitter. Aber dazu muss man sagen, also grundsätzlich mal kann man die deutsche Staatsbürgerschaft nicht so einfach entziehen. Also im Grundgesetz steht ausdrücklich in Artikel 16, dass es keine Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit gibt. Das ist eine Lehre wieder mal aus der Nazi-Zeit, wo ja sehr vielen Menschen einfach der deutsche Pass aberkannt wurde. Und sie dann staatenlos wurden. Das soll also nicht mehr gehen. Was es allerdings geben kann, keine Entziehung wie gesagt, aber den Verlust der Staatsangehörigkeit in bestimmten gesetzlich geregelten Fällen. Also es gibt zum Beispiel tatsächlich den Fall, dass jemand seine deutsche Staatsangehörigkeit verliert, wenn er in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates eintritt. Ja das geht grundsätzlich. Aber, da gibt es ein großes Aber, damit das tatsächlich eintritt, diese gesetzliche Folge, muss dieser Mensch ein sogenannter Doppelstaater sein. Das heißt, er muss neben der deutschen Staatsangehörigkeit noch eine andere Staatsangehörigkeit haben. Und dann muss er in die Dienste, ja die bewaffneten Dienste dieses Staates treten. Okay, weil sonst könnte man ja sagen, jemand hat einen deutschen Pass und einen, weiß ich nicht, einen türkischen, ist dann in die Dienste des IS eingetreten, ist ein Doppelstaater, also kann man ihm die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, denn dann wäre er ja, also beim IS geht das sowieso deswegen schon gar nicht, weil es ja keinen IS-Pass gibt. Es gibt keine Staatsangehörigkeit des IS, das heißt, niemand kann Deutsch- und IS-Doppelstaater sein. Das heißt, selbst wenn man in die Dienste dieser IS-Gerillatruppen da tritt, dann kann man deswegen jedenfalls nicht seine Staatsangehörigkeit verlieren. Also das ist irgendwie in den Medien auch hochgekocht worden, scheint mir aber keine realistische Option zu sein. Wir haben ein Update noch zu dieser viel debattierten Urheberrechtsrichtlinie, die gerade in der EU erneuert werden soll. Wir hatten da zuletzt eine Woche ja ein ausführliches Interview mit Julia Reda, der Abgeordneten der Piraten im Europaparlament, die sich da sehr engagiert. Und diese Woche hat also der Rat der Mitgliedstaaten, also letztlich sozusagen die Staatsvertreter, die haben mehrheitlich zugestimmt. Jetzt steht noch das Parlament aus, aber der Rat, also die Mitgliedstaaten haben zugestimmt. Und das Interessante daran ist, dass auch Deutschland zugestimmt hat, obwohl im Koalitionsvertrag ausdrücklich drinsteht, wir lehnen es ab, Uploadfilter einzusetzen. O-Ton aus dem Koalitionsvertrag steht, Zitat, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach Urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Also relativ eindeutig, jetzt kann natürlich wieder das Argument kommen, ja aber in der Richtlinie oder in dem Entwurf der Richtlinie, so wie er jetzt wahrscheinlich verabschiedet werden wird, taucht das Wort Uploadfilter nicht auf, aber das kann man sicherlich so nicht stehen lassen. Nein, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist, wenn man so will, die Nebelkerze, die da von Verfechtern des derzeitigen Kompromisses immer wieder geworfen wird. Natürlich steht die Vokabel-Uploadfilter jetzt nicht drin, es steht aber drin, dass Plattformen haften, wenn Nutzerinnen und Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen. Sofern sie keine Lizenz erworben haben und Lizenzen für alle Inhalte vorab zu erwerben, ist völlig unrealistisch. Das heißt also, eine Plattform hat keine andere Möglichkeit, als solche Filter einzusetzen, wenn sie nicht tatsächlich haften will. Und das ist eben, das haben wir ja mit Julia Reda ausführlich besprochen, quasi eine völlige Umkehrung des bisherigen Grundsatzes. Bisher gilt, Plattformen haften nur ab Kenntnis. Das heißt, erstmal können sie publizieren, was immer ihre Nutzer hochladen. Erst wenn sie erfahren davon, dass da möglicherweise ein urheberrechtlich geschützter Inhalt online ist, müssen sie diesen eben runternehmen. Und viele Plattformen haben über diese Verpflichtung hinaus jetzt auch schon ein sogenanntes Notice and Stay Down implementiert. Eben zum Beispiel YouTube mit Content ID, wo sie darauf achten, dass Inhalte, die sie schon mal entfernt haben, wegen eines Copyright-Verstoßes, nicht nochmal hochgeladen werden. Und wie gesagt, diese Prinzipien werden jetzt völlig umgedreht. Jetzt soll gelten, dass man für alles verantwortlich ist, was auf der eigenen Plattform hochgeladen wird. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man das macht. Und deswegen glaube ich, ist diese Tatsache, dass die Vokabel-Upload-Filter nicht drinsteht, letztlich Augenwischerei, denn ohne Upload-Filter wird es nicht zu machen sein. Aber wie ist es denn dann zu erklären, dass Deutschland auf europäischer Ebene zustimmt, obwohl es im Koalitionsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen ist? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss leider zu der Erkenntnis kommen, dass die SPD in diesem Fall stillschweigend den Koalitionsbruch der CDU toleriert. Also ich habe da auf Twitter da so ein bisschen recherchiert und habe mich umgehört. Und was denn eigentlich die offizielle Position der SPD-Bundestagsfraktion ist, da habe ich leider keine Antwort bekommen öffentlich. Ich habe aber dann eine Reihe von quasi privaten Nachrichten, so DMs und SMS und so bekommen von Parlamentariern aus der SPD, die sagen, ja, die Produktionsspitze duckt sich weg. Mit anderen Worten, die CDU, CSU darf den Koalitionsvertrag brechen, indem nämlich Angela Merkel mit dem französischen Staatspräsidenten Macron diesen Deal wohl geschlossen hat. Also da gibt es einige Anhaltspunkte dafür, dass dieser Deal auf höchster Ebene eingetütet worden ist. Das darf die Bundeskanzlerin tun, in offensichtlichem Widerspruch zum Koalitionsvertrag. Und die SPD nimmt das schweigend hin. Nein, schlimmer noch, die SPD wirkt daran sogar mit, denn die entscheidende Stimme im Rat hat Katharina Barley, also die noch amtierende Justizministerin abgegeben. So jedenfalls hört man. Und da kann man sich nur wundern. Ja, also da, ja genau, da kann man sich wirklich nur wundern. Sie hätte sehr gut unter Berufung auf den Koalitionsvertrag einfach sagen können, mache ich nicht. Ich stimme so, wie wir das vereinbart haben, nämlich gegen Uploadfilter. Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, gut, auch die Grundrente von Hubertus Heil widerspricht im Wesentlichen dem Koalitionsvertrag. Insofern, als dass sie halt keine Bedarfsprüfung vorsieht und im Koalitionsvertrag steht drin, eine Bedarfsprüfung ist vorgesehen. Also hältst du es für möglich, dass da jeder dem anderen so ein bisschen was zugesteht? Also das sind ehrlich gesagt völlig unterschiedliche Fälle. Hier geht es ja darum, dass die Union einseitig und wie gesagt einen offenen Bruch zum Koalitionsvertrag Fakten schafft, indem sie auf europäischer Ebene einer nicht zustimmungsfähigen Einigung zustimmt. Also zunächst mal hat Angela Merkel die wie gesagt ausgehandelt auf höchster Ebene und dann setzt die Union auch durch, dass da zugestimmt wird und wie gesagt demütigt die SPD sogar noch in der Weise, dass nämlich eine SPD-Ministerin diese eigentlich verbotene Stimme abgibt. Also da weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Aus der SPD, wie gesagt, offiziell gar nichts. Die einzigen, die sich dazu äußern, ist D64, ein SPD-naher netzpolitischer Verein. Da gibt es ein Statement, in dem wörtlich steht, wir sind entsetzt und enttäuscht, wenn der Koalitionsvertrag gut ein Jahr nach der Unterzeichnung durch die Bundeskanzlerin nach Belieben um 180 Grad geändert wird. Was für einen Sinn macht es dann noch, Positionen schriftlich festzuhalten? Naja gut, das gläst du ein bisschen in das Horn, was Sascha Lobo ja auch an den Mund gesetzt hat im Spiegel, als es darum ging, ja eben über diese Urheberrechtsrichtlinie abzustimmen und da hat er halt den Punkt gemacht, dass so wie diese Politik dort gemacht wird, sie eigentlich Europa kaputt macht. Und glühende junge Menschen, die eigentlich sich für Europa einsetzen, komplett vergraulen und ihnen so ein bisschen den Glauben an der Sache rauben. Und als würde die EU da noch Wasser auf diese Mühlen gießen wollen, hat die EU-Kommission einen Text veröffentlicht letzte Woche, in dem sie Demonstrierende gegen diese Copyright-Richtlinie als Mob bezeichnet haben. Der Text wurde dann später gelöscht, aber natürlich entsteht da ja eigentlich ein fataler Eindruck. Also du sagst einer gekauften EU-Kommission, ist das ein bisschen weit gegriffen? Naja, was heißt gekauft? Also natürlich ist da jetzt kein Geld geflossen, aber es steht der Eindruck, dass die EU-Kommission da völlig einseitig die Interessen der großen Verlage über die Interessen der Menschen in Europa stellt, aber auch über die Interessen von kleineren Internetplattformen und über die Interessen von kleineren Zeitungen zum Beispiel. Also ich fand, das hat Julia Reda ja in der vergangenen Woche sehr schön dargestellt, dass diese Regelungen, die da getroffen werden, einfach die ganz großen Player im Markt bevorzugen, weil die als einzige in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen. Also Google wird sich vom Leistungsschutzrecht wieder freikaufen können, indem es die Verlage einfach zwingen wird, Gratislizenzen zu erteilen. Kleinere Plattformen können das nicht. Also das ist leider so, dass da eine große Desinformationskampagne läuft, auch von Seiten der EU-Kommission nach meiner Wahrnehmung, und ihm gesagt wird, es handele sich um Regelungen, die dafür sorgen, dass jetzt Google zum Beispiel und Facebook sich fair beteiligen und dass Urheber wieder mehr Geld bekommen. Also niemand hat was dagegen, wenn Urheber besser bezahlt werden. Nur diese Regelungen führen ja gerade nicht dazu. Also das ist schon wirklich sehr traurig, wenn die EU-Kommission da eben die Interessen von einigen wenigen in Betrieben, großen Unternehmen vertritt, aber eben nicht die Interessen von fast 500 Millionen Menschen in Europa. Also ich finde das sehr, sehr traurig, weil es natürlich auch so die Frage stellt, wie funktioniert eigentlich Demokratie in Europa? Wie funktioniert eigentlich Demokratie in Europa, wenn Lobbyinteressen von ganz kleinen Minderheiten, die Interessen von breiten Mehrheiten völlig an die Wand spielen können? Und das ist wirklich, also ich bin persönlich ganz erschüttert. Es gibt da auch Statements, die das nochmal so ein bisschen plastisch machen. Also zum Beispiel Monika Hohlmeier hat sich da nochmal in die Diskussion eingemischt, die kommt von der CSU, ist die Tochter von Franz Josef Strauß, seligen Angedenkens. Und Monika Hohlmeier schreibt auf Twitter, die Fake-Kampagne der IT-Giganten ist aus demokratischer Sicht bedrückend, schreibt sie, Kinder und Jugendliche zu instrumentalisieren, die nicht wissen, dass die Freiheit das Internet nicht bedroht ist. Und da weiß man halt auch nicht mehr, was man dazu sagen soll, indem sie halt einfach so tut, als wenn alle Menschen, die mit guten Gründen gegen diese Reformen sich aussprechen, von IT-Giganten manipuliert seien. Ja, also ich weiß nicht, glaubt sie, Philipp, glaubt sie dasselbe oder ist das halt einfach nur ein Spin, den ja ihre PR-Leute aufgeschrieben haben, Umgebung zu machen? Kann man schwer reingucken in ihren Kopf, also das weiß ich nicht. Was ich eigentlich, also das eine ist ja sozusagen, was Hohlmeier sagt, ist, sagen wir mal, ist eine harte These. Ich kann, was die Motive angeht, nicht in ihren Kopf reingucken. Was mich aber, sagen wir mal, fast noch mehr erschüttert hat, ist eine Aussage von Axel Voss, der ist quasi von der CDU, der ist der Berichterstatter im Europäischen Parlament. Also der ist derjenige, der sich seit anderthalb Jahren mit dieser Reform, dieser Urheberrechtsrichtlinie befasst und sie maßgeblich mit ausgehandelt hat. Und da könnte man jetzt ja sagen, okay, es gibt immer unterschiedliche Ansichten und man kann das so sehen und so sehen und Politik ist ein Kompromiss. Aber was man auf jeden Fall gerne hätte, ist das Gefühl, dass derjenige, der das führend und maßgeblich mit verhandelt, zumindest versteht, wovon er redet. Zumindest versteht die Materie, zumindest versteht, was er da selber mit ausgehandelt hat, zumindest die Reichweite und die abmessen kann und die Regeln kennt. Damit man dann sagt, okay, du kennst die Regeln, du kennst die Reichweite, du kennst den Text und deine politische Position ist, dass du halt bestimmte Nebenwirkungen in Kauf nimmst. Dass du bestimmte Dinge in Kauf nimmst, weil du den Text verstanden hast, aber das ist dein politisches Kalkül. Dann könnte ich damit noch leben. Das finde ich, damit kann man auf jeden Fall, das muss man ja sehen, man darf ja politisch alles mögliche vertreten, man muss dann halt nur halbwegs ehrlich sein dabei. Genau, so und nun stellt sich aber raus, Golem hat das veröffentlicht und da auch einen lesenswerten Artikel zugeschrieben, den wir verlinken, dass Herr Voss offensichtlich erschreckende Wissenslücken, möchte ich es mal nennen, hat. Er wurde nämlich gefragt, was denn jetzt sozusagen diese Regelung, die er da mit ausgehandelt hat, also diese Reform der Urheberrechtslinie, bedeutet für Privatnutzer, die beispielsweise ganze vollständige Artikel auf Plattformen hochladen wollen. Und da ist seine Antwort folgende. Hinsichtlich der Privatnutzung, also der Bürger darf Presseartikel privat nutzen und kann die auch entsprechend hochladen, auch auf Plattformen hochladen. Das heißt, die Plattform ist dann nicht verpflichtet, hierfür eine Lizenz zu erheben, weil es eine autorisierte Hochladung ist. Also wir als Gesetzgeber geben dem Einzelnen die Möglichkeit, diesen Artikel eben aus privaten Zwecken entsprechend auch hochzuladen. Und ich glaube, also ich bin kein Urheberrechtsexperte, also in dem Golem-Artikel, wo Thiel Kreuzer zitiert, auch ein angesehener Urheberrechtsanwalt und er meint, Zitat, das ist Unsinn. Und so wie ich das verstehe, nach meinem Wissen ist das einfach Unsinn. Das würde bedeuten, ich könnte einen kompletten Presseartikel aus der Welt oder dem Spiegel und dem Stern entweder abfotografieren komplett und bei Twitter posten oder einfach kopieren und als Volltext in meinen öffentlichen Facebook-Stream reinpacken. Und das ist Quatsch, das geht nicht. Das ist eine Verletzung des Urheberrechts. Das geht heute nicht und das geht auch nach der Reform dieser Richtlinie nicht, oder? Nee, ganz genau. Das geht heute nicht und das geht nach der Reform dieser Richtlinie nicht. Und es ist einfach totaler Quatsch, dass er das erzählt. Und ich kann da nur unterschreiben, was du sagst, Philipp, es ist einfach erschütternd, wenn man sieht, auf welchem Niveau argumentiert wird. Also es ist, wie gesagt, ein Beispiel war eben Monika Hohlmeier und jetzt so ein bisschen juristischer das Beispiel von Axel Voss, ein Mann, der, wie gesagt, für das EP, für das Europäische Parlament diese Verhandlung führt. Das ist quasi das Pendant zu Jan Philipp Albrecht früher bei der Datenschutzgrundverordnung, jetzt mal ganz grob, um die Rolle von Axel Voss zu skizzieren. Und wer sich an diese Diskussion erinnert, Jan Philipp Albrecht, war, denke ich, schon sehr, sehr, sehr gut im Thema zur Datenschutzgrundverordnung und kannte jeden Artikel auswendig, kannte jeden Erwägungsgrund auswendig und wusste bis ins letzte Detail, was diese Regelung bedeutet. Axel Voss hat Grundzüge dieser Norm nicht verstanden, beziehungsweise des Rechtsbereichs, der da geregelt werden soll. Das muss man sich einfach klar machen. Das ist, als wenn der Mann zwei und zwei nicht zusammenzählen könnte in diesem Rechtsgebiet. Also ich kann da, ich stehe da wirklich völlig fassungslos davor und ich, auf der anderen Seite muss man immer sehen, der Mann ist ja nicht dumm, der ist ja auch jetzt nicht zufällig EU-Abgeordneter oder EP-Abgeordneter geworden. Man fragt sich, hat er das einfach wirklich nicht geschnallt, kann ich mir kaum vorstellen oder ist das einfach eine Nebelkerze? Die Situation war die, Sitzung des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments und die Frage, der O-Ton geht noch ein bisschen weiter, da duzt er dann jemanden, das ist die SPD-Abgeordnete, die ihm eine Frage gestellt hatte, nämlich was das jetzt für die privaten Nutzer bedeutet. Und in diesem Kontext belügt er mit seiner Kolleginnen und Kollegen im Parlament, indem er denen erzählt, in Zukunft dürfe man solche Artikel hochladen. Ja, belügen würde heißen, er wüsste es besser und das ist ja noch die erschreckende Frage. Ich weiß es, du hast recht, Phil, gut, dass du noch mal darauf hinweist, also ich wollte ja das gerade nicht beschreiben. Er sagt die Unwahrheit. Er weiß das nicht. Er sagt die Unwahrheit. Er sagt ganz glasklar die Unwahrheit und entweder ist er einfach völlig uninformiert oder er bewirft bewusst Nebelkerzen. Ich finde es ganz schlimm. Und das, genau, also insofern ist da glaube ich der Schaden für die Politik durchaus auch erheblich. Das ist, genau, das ist, das ist glaube ich der, der wichtige Punkt an der Stelle. Wir haben kein besonderes Interesse daran, Axel, Axel Voss zu bashen. Ja, also wenn er hier, wenn er gute Politik macht, ist alles wunderbar. Wenn er schlechte Politik macht, muss man darüber reden. Aber was nicht geht, ist das Verbreiten von, von Fehlinformationen. Und das ist genau das Problem. Da arbeiten Leute an wichtiger Stelle, die einfach die Materie nicht verstanden haben. Ja, das ist so ein bisschen der Eindruck, der entstanden ist. Und ja, und ich glaube, dass das halt, und das einfach dramatisch der Eindruck entsteht, hier wird Politik gegen die Menschen in Europa gemacht. Hier werden die Interessen von ganz wenigen mit schlechten Argumenten und mit teilweise offener Falschinformationen einfach hintangestellt. Weißt du, hier werden die, genau, also die Interessen der Konzerne vertreten und die Interessen der Menschen in Europa hintangestellt und das mit schlechten Argumenten. Und das ist halt einfach Gift für die Demokratie in Europa, wenn man so agiert. Insofern, ja, insofern muss man sagen, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob im Europäischen Parlament sich tatsächlich noch eine Mehrheit für diese Regelung findet. Die Abstimmung steht ja noch bevor, also die kommt jetzt noch. Und wie immer ihr euch sozusagen auch positioniert in dieser Frage, wir würden euch nur aufrufen, ruft eure Abgeordneten an. Wenn ihr Einfluss nehmen wollt, ruft sie an, schickt E-Mails. Die Abstimmung ist noch nicht durch. Das kann in die eine oder in die andere Richtung sein, aber das ist ein Aufruf, euch einzumischen und das geht per E-Mail oder Anruf. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Moment, wo das Sinn macht, gerade auch, weil ja viele Abgeordnete irgendwie das Gefühl haben, das sei alles nur von Google generiert. Und das sei aber gerade keine breite Bewegung in der Bevölkerung, die sich zu diesem Thema eine Meinung bildet. Insofern glaube ich, kann das gar nicht schaden, wenn man einfach merkt, nee, 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 großer Irrtum weit gefehlt. Das interessiert sehr, sehr viele Menschen. Und außerdem sind ja auch bald Europawahlen. Vielleicht machen sich dann auch Abgeordnete mal ein paar Gedanken, ob das so schlau ist, in die eine oder andere Richtung abzustimmen. Es gab in dieser Woche noch viel Diskussion um eine sogenannte Framing-Studie der ARD. Und das ist schon ein bisschen älter, die Diskussion, aber diese Woche hat Netzpolitik.org die komplette Studie online gestellt. Und jetzt hat also die interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich das komplette Ding mal durchzulesen. Bevor wir da in die Details gehen, natürlich noch der Hinweis, dass ich für den öffentlichen Rundfunk gearbeitet habe, sehr lange und eben auch noch arbeite. Also da nicht völlig unbeteiligt bin. Jetzt hat die zu dieser Studie, die ARD hat also vor zwei Jahren eine Studie bestellt. Die nennt sich Framing Manual, unser gemeinsamer freier Rundfunk ARD. Genau, aber jetzt mal ganz kurz nur zur Präzisierung. Du warst mit der dienstlich nicht konfrontiert mit der Studie, oder? Überhaupt nicht, nein. Du kanntest die nicht, du hast die ja nicht verwendet. Nein, nein. Du hast nur ein mittelbares Interesse am Weißen. Genau, ich bin halt da nicht völlig unparteiisch, weil ich halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite, aber mit der Studie, da weiß ich nicht mehr, als die Öffentlichkeit weiß. Also ich hatte da weder mit was zu tun, noch habe ich da irgendwie eher von erfahren als die Öffentlichkeit. So, also das Ding heißt Framing Manual, unser gemeinsamer freier Rundfunk ARD. Thema ist eben, wie kann die ARD besser über sich sprechen, so würde ich das mal formulieren. Autorin ist Elisabeth Wehling, Neurolingoisting in Berkeley, in den USA, hatten wir hier auch schon mal im Interview. Netzpolitik hat das, wie gesagt, jetzt veröffentlicht. Die FAZ hat noch rausgefunden, das ganze Ding hat inklusive Workshops 120.000 Euro gekostet. Und Elisabeth Wehling hat sich auch mittlerweile dazu geäußert. Auf ihrem Blog sagt sie zum Auftrag, Zitat, die Kommunikation war, der Auftrag war, Zitat, die Kommunikation der öffentlich-rechtlichen ARD als Institution zu analysieren und auf Basis der wissenschaftlichen Erfahrung aufzuzeigen, welche Alternativen zu welchen Worten mit welchen Bedeutungsinhalten besetzt sind. Die Institution ARD, schreibt sie, sollte eine gedankliche Grundlage bekommen für eine Kommunikation, die auf Basis der unbestrittenen Fakten den tatsächlichen Wert der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die Demokratie schon auf den ersten Blick besser erkennbar macht. Dieses Dokument sei halt so eine Arbeits- und Diskussionsgrundlage gewesen für diverse Workshops und da hätte man halt auch Kommunikationsmaßnahmen draus ableiten können. Also mit anderen Worten, in einem Satz zusammengefasst, die ARD hat sich quasi eine Anleitung schreiben lassen, wie sie besser über sich selber reden können. Darum geht es. Genau. Mit welchen Wörtern, mit welchen Bildern sie über sich selber sprechen sollte. Genau. Also wir können das ja an zwei Beispielen, müssen nicht alle machen, die ich hier aufgeschrieben habe, aber an ein, zwei Beispielen einfach mal deutlich machen, was damit gemeint ist. Also diese Studie ist durchaus erlesenwert, es sind 70 Seiten, aber das kann man sich mal antun, weil es eben ein durchaus praktisches Fallbeispiel für dieses bei uns ja auch schon oft beschriebene Framing darstellt. Frames sind, das haben wir auch schon gesagt, nichts anderes sozusagen als Muster innerhalb derer wir Fakten bewerten und zwar immer, ob wir es wollen oder nicht. Und diese Frames werden aktiviert durch Sprache. So, W-Ling schreibt, Fakten sind zentral, ja, aber sie werden in einer öffentlichen Auseinandersetzung erst zu guter Munition, wo ihr moralische Dringlichkeit kommuniziert wird. Also Sprache aktiviert Frames, also sie sagt Zimt, aktiviert halt bestimmte Frames von im Geruchssinn, Salz aktiviert halt so einen Salzgeschmacksinn, richtig physiologisch nachmessbare Effekte, Treten, das Wort Treten aktiviert halt bestimmte Muskeln im Bein und so. Also das aktiviert halt, also Worte aktivieren halt Rahmen innerhalb derer wir Fakten aufnehmen und interpretieren. Also die nimmt zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel hier dieses Wort Inklusion, ja, also sie sagt, die ARD sagt, sie ist für Inklusion, sie sagt, das reicht aber nicht. Die Fakten sind klar und unstrittig, die ARD erreicht meinetwegen so und so viele Leute, aber die Interpretation dieser Fakten, die hängt halt von den moralischen Prämissen ab, die jeder hat, der sie sozusagen hört. Die einen sagen, toll, wie viele Leute die ARD erreicht, wunderbar, Gebühren gut angelegt. Die anderen sagen, oh, das ist aber schlecht, die ARD ist eine Krake, überbordendes System, Grundversorgung, viel zu überinterpretiert. Und sie schreibt jetzt, dem Anspruch auf Inklusion liegt eine moralische Weltsicht zugrunde, nach der alle Menschen gleich viel Schutz und Befähigung verdienen, weil sie jenseits von sozialen und finanziellen Privilegien gleichermaßen wertig sind. Wenn sie, also die ARD, nun sagen, wir stehen für Inklusion, dann kommuniziert die ARD, schreibt Willing, nur auf der Ebene einer Haltung. Wenn sie aber sagen, wir glauben nicht an eine Hierarchie unter Menschen, für uns sind alle Mitbürger gleich viel wert und daher kommen wir dem Auftrag nach, jeden zu schützen und zu befähigen, dann, schreibt sie, kommunizieren sie erfolgreich auf der Ebene moralischer Prinzipien. Das sind Prinzipien, die sie glasklar von ihren Gegnern unterscheiden, schreibt Willing. Sofort weiß der Mitbürger, welchem moralischen, also welchem Moralverständnis es bei ihnen, also ARD, im Gegensatz zu mit den Gegnern, zu tun hat. Und das ist kurz gesagt moralisches Framing. Auf dieser Ebene, sagt sie, generieren Botschaften, das zeigt die empirische Forschung, die größte Überzeugungskraft. So, und das macht sie, und dann nimmt sie noch andere Beispiele, also Konsumenten, sie sagt, ARD soll nicht von Konsumenten reden, weil das einen falschen Frame weckt, das weckt diesen Supermarkt-Frame. Ja, ich zahle nur für das, was ich kaufe und wenn ich dann aber bei der ARD sehe, ich zahle, gucke aber ganz viele Sendungen nicht, dann ist das sozusagen, dann hat das ein Frame aktiviert, in dem die ARD als illegitim, gar betrügerisch dargestellt wird, weil Konsumenten kaufen im Supermarkt, da gibt es also eine Zahlung und ein Service und wenn du den Service nicht in Anspruch nimmst, dann zahlst du eben auch nicht. Ja, nee. So, genauso wie mit Beitragsservice, und die sagt, wenn du von Beitragsservice richtest, dann ist die Wirkung, dann macht die ARD metaphorisch als Serviceunternehmen sich begreifbar. Das Ziel ist aber, zu erreichen, dass die ARD tatsächlich wahrgenommen wird als ein von Bürgern ermöglichtes Rundfunksystem und so geht das weiter und weiter. Ich weiß nicht, überzeugt dich das, findest du das nachvollziehbar, weil viele sagen ja, das ist Gehirnwäsche, die BILD sagt Gehirnwäsche, so. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich so ein bisschen fassungslos davor. Für mich ist das einfach ein ganz normales PR-Manual, das ist einfach eine Anleitung dazu, wie man sinnvoll über die eigene Institution schreibt. Die ARD steht natürlich in einem Wettbewerb mit anderen Medien. Die ARD muss sich gegen viele, in der aller Regel unberechtigte Vorwürfe von Manipulationen zur Wehr setzen. Und deswegen finde ich es völlig normal, dass man sich genau überlegt, was kommunizieren wir denn jetzt eigentlich, wenn ich welche Sprache verwende, welche Wirkung erzeugt das? Das ist einfach nur, finde ich, eine vernünftige Form der Selbstreflexion darüber, wie spricht man über das eigene Haus? Und die entscheidende Frage dabei ist aus meiner Sicht immer, ist das faktenbasiert? Trifft es zu, was man tut oder was man kommuniziert oder manipuliert man da, indem man eben die Unwahrheit sagt? Das ist letztlich die entscheidende Frage. Dass man auf das eigene Haus eine bestimmte positive Sicht hat, ist, glaube ich, völlig banal und völlig selbstverständlich. Genau, also ich glaube, dieser Dreisatz, der funktioniert ja so. Also wir gehen mal davon aus, es gibt unstrittige Fakten. Also wie zum Beispiel, jeder zahlt von uns 17 Euro Quietsche im Monat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein Faktum. Und die Frage ist, das nennen Sie hier am Beispiel Zwangsabgabe, Zwangsgebühr. Sie sagt, der Rundfunkbeitrag ist kein Eingriff in die Freiheit der Bürger als Konsumenten. Wenn du aber Zwangsabgabe sagst oder Zwangsgebühr, dann ist das sozusagen, wenn du als Konsument beschrieben wirst, dann ist das natürlich ein Eingriff in deine Freiheit. Sie sagt aber, die ARD müsste das halt so kommunizieren, dass es die proaktive, selbstbestimmte, da demokratisch entschiedene Beteiligung der Bürger am gemeinsamen Rundfunk ARD ist. Die monatliche Rundfunkbeteiligung. Und ich finde, der Vorwurf, Gehirnwäsche geht insofern ins Leere, als dass hier doch nur geschaut wird, welche von, was ist unsere sozusagen, was sind unsere Grundüberzeugungen? Welche grundamentale moralische Grundüberzeugung steht hinter dem Konstrukt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und die werden aufgeschrieben. Und da steht dahinter, dass eben sowas wie Inklusion, dass jeder gleich ist und gleiche Chancen auch haben sollte und an der beteiligt zu werden. So, und daraus, also darauf fußend interpretiert man halt diese unbestrittenen Fakten und kommuniziert das dann auch so. Das finde ich völlig legitim und eine ehrliche Sache. Falsch und problematisch fände ich es, wenn man feststellt, A, unsere Grundüberzeugung ist A, wir müssen aber so tun, als wäre unsere Grundüberzeugung B. Genau, weil das quasi einsetzt, um zu lügen. Genau, um zu lügen. Oder um die Unheil zu sein. Aber dann, dann fände ich, wäre das, dann wäre es problematisch, weil das dann die Leute wirklich auf eine falsche Fährte lockt. Aber so ist es nur die Frage, wofür stehen wir, was wollen wir, was sind unsere Grundüberzeugungen? Und welche Worte können wir einsetzen, um diese Grundüberzeugung zu transportieren? Und welche dürfen wir nicht einsetzen, weil das die Leute in einen Frame, in einen Interpretationsrahmen der Fakten bringt, die unseren Grundüberzeugungen widerspricht? Ja, und da würde ich sagen, ja, ist das A, also ich finde das legitim, ich finde das ist auch ein Vorgang, der sowieso passiert. Weißt du, das ist ja nicht so, dass die ARD jetzt anfängt, Framing einzusetzen, sondern Framing passiert mit allem, was wir sagen. Wenn die Bild-Zeitung von Staatsfunk spricht, dann ist das Framing. Dann nehmen sie die unstrittigen Fakten, ja, Abgabe, 17 Euro quietsch und sagt, das ist ein Staatsfunk. Damit werden Assoziationen geweckt, wie Zwang, DDR, autoritäres System, Unfreiheit. So, das ist deren interpretatorischer Rahmen, in dem die diese Fakten einsortieren. Können sie tun? Entspricht vielleicht, und das weiß ich eben nicht genau, das ist zum Beispiel bei der Bild mein Problem, wo ich denke, entspringt das wirklich ihrer Grundüberzeugung? Sind die wirklich der Meinung, das ist so? Oder nutzen sie diesen Frame nur, weil sie glauben, damit viel Zeitung verkaufen zu können? Also da ist, glaube ich, die Antwort relativ einfach. Die Bild macht alles, um möglichst viele Zeitung verkaufen zu können. Und zwar wirklich alles. Die Bild hat ja auch regelmäßig Menschen in die Pfanne. Tut so, als wenn Leute sich strafbar gemacht hätten und findet irgendwelche Politikerskandale und so. Also alles nur, um die Auflage hochzutreiben. Also ich meine, nicht umsonst gibt es ja richtige Watch-Blogs, die sich die Aufgabe gemacht haben, einfach möglichst jede Ausgabe der Bild-Zeitung auf Fehler durchzugucken. Also auf offensichtliche Manipulationen und ganz ehrlich, fast in jeder Ausgabe findet sich da was. Also da muss man, glaube ich, ganz entspannt mit umgehen. Wenn die Bild-Zeitung sowas sagt, dann hat das natürlich nicht den Kern einer sachlichen Kritik, sondern dann geht es halt darum, Schaum zu schlagen, oder? Ja, geht es halt darum, Schaum zu schlagen. Aber da würde ich den Unterschied machen. Wenn diese Redakteure bei der Bild wirklich tief davon überzeugt sind und ihre Prämissen so sind, dass Staatsfunk, sagen wir mal, einen Rahmen aufmacht, der diesen moralischen Voraussetzungen entspricht, dann würde ich sagen, ist auch diese Verwendung, die kann man zwar kritisieren, aber sie ist zumindest legitim. Ja, wenn aber die Redakteure der Bild-Zeitung eigentlich anders denken und eigentlich, sagen wir mal, vielleicht ein moralisches Grundgerüst haben, was eher dem der ARD entspricht und sie trotzdem von Staatsfunk reden, dann, finde ich, ist das Gehirnwäsche. Und das ist, finde ich, der große Unterschied. Entspringen, entsprechen diese Worte, lösen die Worte, die du benutzt, einen interpretatorischen Rahmen für Fakten aus, der deinen moralischen Grundüberzeugungen entspricht, dann, finde ich, ist es legitim. Lösen diese Worte etwas anderes aus, was deinen moralischen Grundüberzeugungen eigentlich widerspricht, aber dir irgendwie, sagen wir mal, kommerziell von Vorteil scheinen, dann, finde ich, ist es illegitim. Ja, ich finde, da muss man aber generell mal zwei Dinge unterscheiden. Also diese Framing-Geschichte und das Framing-Gutachten ist ja erstmal nur eine Frage, wie ich bestimmte Auffassungen effizient kommuniziere. Und effiziente Kommunikation ist nie das Problem. Wenn, Philipp, um in deiner Themonologie zu bleiben, es ein Problem gibt, dann könnten diese moralischen Grundüberzeugungen richtig oder falsch sein. Dann muss man die aber separat diskutieren. Und selbst das ist dann eigentlich keine Frage des Framings. Und deswegen finde ich wieder mal diese ganze Diskussion um die Framing-Studie total Quatsch. Man kann darüber streiten, wie Sinn von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk findet. Man kann auch darüber streiten, welche quasi Maximen so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Runde liegen. Kann man erst darüber streiten. Aber die Tatsache, dass man diese einmal gefundenen Überzeugungen, diese einmal gefundenen Guidelines dann effizient kommunizieren muss, darüber kann man eigentlich nicht sinnvoll streiten. In einer Mediendemokratie muss man eben seinen Laden vernünftig verkaufen. Das muss jeder. Das macht die Bild-Zeitung, das macht hoffentlich jede Partei. Das machen die klassischen Parteien bedauerlicherweise viel schlechter als die AfD. Deswegen hat die AfD so großen Erfolg, weil sie insbesondere soziale Medien gut einsetzt und eben ständig geschickt Frames einsetzt. Aber ich finde, diese Diskussion um die Framing-Studie setzt wiederum am völlig falschen Punkt ein. Denn seine Überzeugungen, effizient an den Mann und an die Frau zu bringen, das ist aus meiner Sicht nie ein Problem. Es sei denn, man lügt eben. Aber dann ist die Lüge das Problem und nicht die effiziente Kommunikation dieser Lüge. Das Einzige, was ich der ARD vorwürfen würde, ist, dass sie es nicht selber veröffentlicht haben. Und ja, Punkt. Also man kann jetzt sagen, es ist zwei Jahre alt, da ist das Argument natürlich so wahnsinnig viel von dieser Anleitung, von diesem Manual. Hat es, glaube ich, nicht in die öffentliche ARD-Kommunikation geschafft. Aber den Vorwurf, den ich machen würde, wäre, wenn ihr mit öffentlichem Geld sowas erstellen lasst, dann stellt es auch selber online. Punkt. Das wäre natürlich die transparente Lösung gewesen. Aber das Ding ist dann natürlich wieder, dass sie ja ganz offensichtlich da zu Recht große Defizite bei der eigenen Kommunikation gesehen haben, weil sie eben häufig sehr schlechtes Framing verwendet haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch in vielerlei Hinsicht ertappt fühlten bei schlechter Kommunikation. Und deswegen als Teil einer professionellen PR gesagt haben, naja, diese, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, diese Watschen, diese Abrechnung mit unserer schlechten Kommunikation, die stellen wir nicht auch noch an. Ja, aber ich glaube nicht, wenn man was zu verbergen hatte. Nicht, wenn man, wenn man glaubt, das Framing ist irgendwas, was man geheimatet muss, sondern eher, weil es eben den Finger in die Wunde legt, einer bis dato jedenfalls eher suboptimalen Kommunikation. Eher Kommunikation vielleicht, aber ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Also, denn da stehen ja, sagen wir mal, in diesem Gutachten stehen da so ein paar, sagen wir mal, positiv formulierte Selbstbilder der ARD drin. Ja, also wenn du positiv formulierst, wofür die ARD steht und was sie ist, dann könnte man das so und so formulieren. Und da gab es Massagen, die ich gelesen habe, wo ich dachte, ja, das entspricht eurer moralischen Grundvorstellung, das macht, finde ich, Sinn, das ist ein System, was ich gut finde. Wenn ich das dann aber mit der Realität messe, nicht mit der Realität der Kommunikation über die ARD, sondern mit der Realität des Angebots, dann klafft da eine Lücke. So, wenn es darum geht, Zugriff auf alles, was die ARD produziert, dann denke ich sofort, naja, dann macht es unter CC-Lizenz und stellt es in die Wikipedia. Dann haben wirklich alle Zugriff, immer. Gut, da muss man, das führt jetzt wirklich völlig in ein anderes Thema. Da gibt es ja nicht nur irgendwie falsche Überlegungen bei der ARD, sondern das große Problem ist ja häufig auch, das Urheberrecht an den Sendungen liegt ja eben in aller Regel nicht rein bei der ARD. Und sie haben Riesenprobleme mit zum Beispiel dem Springer Verlag und anderen Presseverlagen, die doch wiederum die Politik lobbyieren, damit die ARD und andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten ihre Inhalte möglichst schnell aus dem Netz nehmen. Stichwort Depublikation. Das ist doch nicht auf dem Mr. ID-Film. Jetzt musst du sagen, das ist jetzt, jetzt längst du die Hörer und die völlig falsche Richtung. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es eine falsche Richtung ist, weil das einfach, das Delta zwischen dem Anspruch formuliert in diesem Manual und der Realität ist an manchen Stellen da. Wie dieses Delta entstanden ist, darüber kann man diskutieren. Trotzdem glaube ich, dass die ARD Angst vor diesem Delta hatte und sie dann erklären muss, ja, das sind aber nicht wir, das ist der Rundfunk-Staatsvertrag, das ist der Springer Verlag, das ist so. Darüber kann man streiten, aber ich glaube, dass das mit ein Grund war, warum man gesagt hat, okay, vielleicht stellen wir es doch nicht rein. Vielleicht haben sie aber auch gar nicht richtig überlegt. Also aus der ARD kam jetzt ja im Nachhinein so, ja, wir auch aus leitender Funktion, ja, wir hätten es reinstellen sollen. So, Punkt. Also generell ist das ja ein Grundsatz, finde ich, den man, glaube ich, immer mehr nachdenken sollte, dass generell urheberrechtlich geschützte Inhalte, ob das jetzt Software ist, ob das jetzt Fernsehfilme sind, ob das jetzt Nachrichtenbeiträge sind oder Websites oder weiß der Himmel was. Ja, alles, was irgendwie mit öffentlichen Geldern finanziert ist, mit Steuergeldern oder eben mit Rundfunkbeiträgen, das sollte prinzipiell auch wieder gleichsam der Öffentlichkeit geschenkt werden, ja, indem eben der Source Code öffentlich gemacht wird, indem die Beiträge unbefristet und dauerhaft und kostenlos online verfügbar sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das wiederum auch die große, wie soll ich sagen, die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland mit den öffentlich produzierten Inhalten steigern kann. Ja, das ist im Softwarebereich ein Riesenproblem. Für unfassbar viel Geld werden da irgendwelche Produkte von Softwareherstellern eingekauft, die aber nur dazu führen, dass man dann weitere, noch viel teurere Serviceverträge abschließen muss. Anstatt, dass man zum Beispiel bei irgendeinem Open-Source-Dienstleister etwas programmieren lässt und das dann hinterher auch wieder als Open-Source zur Verfügung stellt, sodass zum Beispiel andere Verwaltungen das nutzen können. Also das, naja, aber gut, das ist halt diese generelle Frage, Public Money, Public Good. Das ist ein Grundsatz, finde ich, den man propagieren kann. Vielleicht gibt es dann auch Ausnahmen, wie immer, aber so grundsätzlich sollte man sagen, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Gut, finde ich auch. Stichwort Springer, das sollten wir allerdings der Offenheit halber dazu nochmal sagen, wo wir uns eben so gefragt haben, wieso verwenden die das Wort Staatsfunk? Naja, also es gibt ja eben einen massiven Konflikt, insbesondere zwischen dem Springer Verlag, aber auch anderen Zeitungsverlagen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil die Zeitungsverlage nämlich der Meinung sind, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten so wenig wie möglich Online-Angebote machen sollten und zwar insbesondere keine eigenen Textbeiträge. Die sollen also maximal das online stellen, was sie sowieso produzieren, aber möglichst wenig begleitende Online-Angebote. Das ist ja, dafür wird seit Jahren massiv getrommelt, weil die Verlage halt sagen und wie gesagt, der Ansatz ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Wir müssen hier irgendwie Geld verdienen und Werbung verkaufen oder Abo-Gebühren einnehmen. Das heißt also, unsere Produktion kostet eine Menge Geld und die Finanzierung ist nicht so ganz einfach. Und wir wollen natürlich auch online damit Geld einnehmen und dann kommen die ARD und ZDF und andere und lassen sich Gebühren finanzieren und stellen dann Inhalte online. Das ist ein unfairer Wettbewerb. Also diese Grundidee, finde ich, der Zeitungsverleger insbesondere, ist legitim zu sagen, man muss da Regeln schaffen, was ARD und ZDF mit diesen Gebührengeldern online machen dürfen. Und wie viel Konkurrenz sie machen dürfen. Nur vor diesem Hintergrund ist das Verhältnis zwischen Springer und Co. auf der einen Seite und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf der anderen Seite völlig zerrüttet. Und wenn man dann überlegt, warum die Bild-Zeitung Staatsfunk schreibt, dann fällt mir das ehrlich gesagt sehr schnell ein. Da geht es einfach darum, einen letztlich politischen und ökonomischen Gegner platt zu machen. Wir haben letzte Woche schon angedeutet, dass es in diesem wichtigen Digital-Pakt Schule einen Kompromiss geben könnte. Nun hat sich das diese Woche materialisiert und ta-ta-ta-ta. Es gibt einen Kompromiss, Ulf. Du hast dir den angeguckt. Also nochmal für den Hintergrund, es geht darum, 5,5 Milliarden Euro will der Bund ausgeben, um Schulen in ganz Deutschland, 40.000 Schulen oder sowas gibt es in ganz Deutschland, die sollen Geld bekommen für Tablets, Smartphones, sozusagen digitalisierte Ausrüstung. Glasfaseranschlüsse macht das Wirtschaftsministerium, zahlt es glaube ich. Aber es soll auch Geld geben können für Personal, also für Admins, die das Ganze dann verwalten. Und da war die Frage, wie kriegen wir dieses Geld zu den Schulen? Ulf, wie sieht dieser Kompromiss jetzt aus? Ja, das genau. Also das, was du gesagt hast, ist quasi der Digital-Pakt im engeren Sinne. Das Problem ist allerdings, dass der Bund, oder das Problem ist zunächst mal, dass damit das funktioniert, eine Grundgesetzänderung nötig ist. Und der Bundestag hatte dann die smarte Idee, wenn wir schon mal reden über ein konkretes Projekt, wo Bund und Länder auf einem Lebensbereich gemeinsam tätig werden, dann lass uns doch einfach generelle Regeln ins Grundgesetz schreiben, wie das aussehen könnte. Und damit haben sie im Grunde dieses Thema Digital-Pakt total überfrachtet. Insbesondere gab es dann nämlich die Vorstellung, dass man ins Grundgesetz reinschreibt, dass solche Kooperationsprojekte zwischen Bund und Ländern generell immer 50-50 finanziert werden müssen. Also Finanzierungsquote 50 Prozent Bund, 50 Prozent Länder. Und darüber ist dann großer Konflikt entbrannt. Also das muss man immer vielleicht ein bisschen noch zur Klarstellung dazu sagen. Der Konflikt drehte sich eigentlich nicht über den Digital-Pakt im engeren Sinne, sondern es ging um diesen Huckepack-Entwurf des Bundestages, der eben bei der Gelegenheit generelle Regeln aufstellen wollte für so Kofinanzierungsprojekte. Und da haben halt viele Länder gesagt, also 50 Prozent Kofinanzierungsquote, das können wir uns nicht leisten. Wenn wir das ins Grundgesetz schreiben, dann ist die Kofinanzierung im Grunde tot. Das macht keinen Sinn. Lass uns das doch offen lassen. Und genau auf dieser Linie liegt jetzt auch der Kompromiss. Das ist die zentrale Einigung. Diese Huckepack-Idee des Bundestages ist letztlich wieder rausgeflogen aus der Grundgesetzänderung. Stattdessen hat man das festgelegt, was wir auch in der Lage immer gefordert haben, nämlich dass die Finanzierungsquote zwischen Bund und Ländern für jedes Projekt individuell festgelegt werden soll. Also auf Deutsch, wenn Bund und Länder sich einig sind, lass uns doch mal irgendwas finanzieren, ob das nun die Schulen sind, Infrastruktur oder was man sich immer noch, vielleicht kommt man irgendwann auf die Idee, Deutschlands Jugend wird zu dick, lass uns doch mal Sportplätze immer übers Land pflastern, um nochmal ein wirkürliches Beispiel rauszugreifen. Wenn also irgendwie Bund und Länder gemeinsam der Meinung sind, wir sollten mal irgendwas finanzieren, dann muss jetzt in jedem Einzelfall festgelegt werden, wie die Finanzierung aussieht und es gibt da eben keine Festlegung mehr im Grundgesetz für alle Fälle, die da kommen mögen. Und das, wie gesagt, haben wir auch vorher gefordert und das finde ich eine sehr sinnvolle Lösung. Damit ist nämlich im Grunde dieser zentrale Konfliktpunkt raus oder quasi gelöst und damit war der Weg frei auch für die Verabschiedung des Digitalpaktes. Jetzt im Bundestag zumindest. Der Bundestag hat das ja abgeniegt, der Bundesrat muss es noch machen. Ja, das ist der nächste Schritt. Erstmal waren wir jetzt bei dem Kompromiss, der kommt ja nicht aus dem Bundestag, sondern der Kompromiss kommt aus dem Vermittlungsausschuss, also diesem gemeinsamen Gremium von Bund und Ländern, über das wir letzte Woche länger gesprochen haben. Wie gesagt, Finanzierungsquote haben wir schon gesagt. Der zweite Punkt ist, dass der Bund jetzt auch Finanzhilfen für Personal in den Schulen zur Verfügung stellen soll. Und zwar begrenzt allerdings auf besondere und befristete Ausgaben. Also etwa den Einsatz von Systemadministratoren für die Digitalisierung. Also da kann man natürlich sich die Frage stellen, wie sinnvoll das jetzt ist, so ein Admin mal für ein, zwei Jahre in eine Schule zu schicken. Ich würde die Auffassung vertreten, so wie eine Schule einen Hausmeister braucht, so braucht sie auch heute einen Admin, selbstverständlich, ob das jetzt ein Lehrer ist oder eine Lehrerin, die einen Teil ihres Dienstes versieht, indem sie sich um die IT-Infrastruktur kümmert. Ob das ein externer Dienstleister ist, ob das ein eigener Mitarbeiter ist, da kann man sich alles Mögliche einfallen lassen. Aber ich denke, eine Schule braucht nicht nur ein, zwei Jahre einen Admin. Aber grundsätzlich mal ist die Idee, dass der Bund auch befristet Personal einstellen oder finanzieren darf in den Ländern, was auch eine Neuerung ist. Eigentlich waren die Länder immer besonders vorsichtig, wenn es ums Personal ging. Die haben immer gesagt, Sachmittel gerne, aber Personal möchten wir eigentlich lieber selber. Das darf der Bund jetzt befristet auch tun. Das sind so die beiden Punkte. Finanzierungsquote steht nicht mehr im Grundgesetz und dieser Durchbruch beim Personal. Aber der Grund, warum der Bund diese Finanzierungsquote so 50-50 festgelegt hat, war doch die Sorge, dass die Länder zwar jetzt Geld kriegen vom Bund, auch, sagen wir mal, offiziell für Schule, das dann aber irgendwie anders nutzen, in ihrem Haushalt irgendwelche Löcher stopfen. Also sprich, der Bund wollte da kontrollieren, was genau mit diesem Geld passiert, was er denn an die Länder für die Bildung überweist. Wie ist das jetzt geregelt? Also ehrlich gesagt, glaube ich, war das nur ein Argument, das für diese fixe, starre Finanzierungsquote vorgebracht wurde. Aber das hat, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, damit eigentlich gar nichts zu tun. Denn die Frage, ob der Bund die Mittelverwendung prüfen kann, hat ja nichts damit zu tun, ob er 10, 20, 50 oder 80 Prozent der Kohle zugeschossen hat. Sondern die konkrete Kontrolle der Mittelverwendung muss man eben im Einzelfall in dem Gesetz festlegen, indem man das Projekt anschiebt auf Bundesebene. Dazu sollte übrigens auch nichts im Grundgesetz stehen. Das ist ehrlich gesagt wieder so eine typische Politnebelkerze gewesen. Das Anliegen, die Mittelverwendung zu prüfen, ist ja völlig legitim. Es hat nur nichts zu tun mit einer starren Finanzierungsquote im Grundgesetz. Deswegen sollte auch in den Gesetzentwürfen zur Änderung des Grundgesetzes über die Kontrolle gar nichts drinstehen. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Also 5 Milliarden zahlt der Bund, 10 Prozent soll dann nochmal von den Ländern kommen. Also für diesen Digitalpakt Schule, das sind dann also 5,5 Milliarden, 90 und 10 ist die Aufteilung. Das sind für diese 40.000 Schulen in Deutschland rund 137.000 Euro im Schnitt, die sie sozusagen beantragen können. Beantragen müssen die das, glaube ich, bei ihren Schulträgern so. Das scheint irgendwie geregelt zu sein. Denn umgerechnet auf die Schüler ist es eben 500 Euro pro Schüler verteilt über die nächsten fünf Jahre. Das muss man auch noch dazu sagen. Also das ist schon, es klingt so, es klingt so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Ja genau, es klingt erstmal viel, 5,5 Milliarden für Hardware in den Schulen, aber es ist halt verteilt über fünf Jahre, jeweils eine Milliarde, 137.000 Euro pro Schule im Schnitt. Das ist schon was, würde ich sagen, aber die Frage ist halt, Hardware ist halt das eine. Ich glaube, das haben wir ja auch oft gesehen schon in der Vergangenheit. Dann hast du da Tablets, dann hast du da Rechner, dann hast du irgendwelche Whiteboards. Ja, aber dann vielleicht hast du auch ein funktionierendes WLAN, aber das läuft ja nicht für immer und ewig von selbst. Sondern du brauchst Leute, die sich damit auskennen, du brauchst Leute, die ja geschult werden, du brauchst ein Konzept für die Schule, wie das zu nutzen ist. Du brauchst eine IT-Admin-Frau oder Mann, die das irgendwie warten und, 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 und. Also da bin ich mal gespannt. Aber wollen wir mal so sagen, das ist ein wichtiger Schritt, ohne den geht es nicht, aber das kann nicht der letzte sein. Ja, ich würde das genauso sehen, Philipp, und ich würde hoffen, dass man diese Gelder, weil sie jetzt ja eben erstmal nur einmalig fließen, in bestimmte Infrastrukturinvestitionen vorrangig steckt, die auch möglichst langfristig dann tatsächlich den Schulbetrieb verbessern. Also Stichwort eine vernünftige Ethernet-Verkabelung, dass einfach in jedem Klassenraum eine Netzwerkdose ist, ganz banal. Und dass sie im Schulgebäude überall ein WLAN verfügbar ist. Das wären aus meiner Sicht so die beiden zentralen Infrastrukturinvestitionen, die man auf jeden Fall vorrangig anschieben sollte, bevor man Tablets kauft, die nach zwei, drei, vier, fünf Jahren dann letztlich wieder veraltet sind. Bevor man Whiteboards kauft, die offenbar sehr, sehr wartungsintensiv sind. Habe ich jetzt neulich auf Twitter zufällig gelesen, dass immer mehr Probleme auftreten mit Whiteboards, deren Hersteller schon wieder pleite sind, die man dann nicht mehr warten lassen kann. Oder mit Whiteboards, die dann veralten und wo das Nachfolgemodell dann surprise, surprise mit einmal das Doppelte kostet. Also ich glaube, bevor man solche Leuchtturmprojekte, solche schönen glitzernden Whiteboards zum Beispiel in die Klassenraum hängt, sollte man erstmal über die Basisinfrastruktur nachdenken. Denn wenn man einfach in jedem Raum eine Netzwerkdose hat, das ist eine Infrastruktur, die man mutmaßlich jedenfalls die nächsten 20 Jahre nutzen kann. Wenn man Cut7 Ethernet-Kabel verlegt. Oder noch besser Glas, natürlich ein bisschen teurer in der Anwendung. Aber gut, jedenfalls irgendwas Nachhaltiges, wo man sicher sein kann, diese 137.000 Euro, die verdampfen nicht in irgendwelchen, wie gesagt, Schickimicki-Projekten, hätte ich jetzt etwas polemisch formuliert, sondern in nachhaltiger, dauerhafter Infrastruktur. Aber Philipp, du hast das Thema angesprochen, natürlich braucht es ein Konzept für eine Schule und es braucht halt einfach Leute, die das machen. Das sehe ich auch, ich bin natürlich jetzt nicht in der Schule direkt tätig, sondern in der Justiz eigentlich, aber ich sehe das auch da. Es ist einfach ein Riesenproblem, wenn man sich externen Dienstleistern anvertraut. Das war so viele Jahre Mode, ist auch so ein bisschen so dieser neoliberale Trend gewesen. Wir machen das nicht selber, wir lagern das aus und irgendwelche Dienstleister und so. Aber was einfach total fehlt in der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen ist echte IT-Kompetenz. Und ich glaube, das führt zu Reibungsverlusten auf allen Ebenen und es ist teuer und es ist ineffizient, wenn man immer für alles Externe fragen muss. Und deswegen glaube ich, damit das wirklich was wird mit der Digitalisierung, brauchen wir vor allem mehr gutes Personal. Also das würde zum Beispiel bedeuten, ein Qualifizierungsprogramm, das zum Ziel hat, dass im Kollegium mindestens drei, vier Leute qualifizierte Admins sind, die dann im Team eben das Netz in der Schule auch wirklich warten können, die wirklich wissen, was da läuft. Das ist nicht damit getan, dass man da einmal den externen Dienstleister einkauft und dann brennt nach zwei Jahren der Router ab und dann ist leider kein Geld mehr in der Kasse, um da das Netz wieder entsprechend ans Laufen zu kriegen. Man braucht da Kompetenz im eigenen Haus und auch nicht irgendwo im fernen Ministerium oder in einem fernen Landesdienstleister. Man braucht diese Kompetenz im eigenen Kollegium, im eigenen Haus und also ganz langsam kommt diese Botschaft auch an. Wenn du mit Lehrern und Lehrern sprichst, die Schulleitern und so, die sagen schon, wir hätten gerne hier einen Admin. Einfach jemanden, an den wir uns wenden können, der immer da ist oder die immer da ist und die halt den Laden hier am Laufen hält. Ja und ich meine ganz ehrlich, es gibt doch so viele auch total engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das sofort, die das zu gutem Teil schon könnten. Ja genau, das ist das Ding, die brennen halt aus, weil die keine Stundenentlastung kriegen, weil es halt einfach diese Wertschätzung nicht gibt für die Kompetenz im eigenen Kollegium, im eigenen Team. Und deswegen, das war der Punkt, den ich an der Stelle machen wollte, Infrastruktur, Investitionen sind wunderbar, ist ganz wichtig. Wir wollen das jetzt überhaupt nicht kritisieren, dass das Geld zur Verfügung steht. Aber ich glaube, damit das wirklich was wird mit der Digitalisierung, brauchen wir diese Kompetenz im eigenen Haus. Und das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Man muss die Menschen ausbilden, man muss die kontinuierlich weiterbilden und man muss sie, wie du sagst Philipp, man muss sie entlasten, damit sie nicht ausbrennen. Das geht nämlich ganz schön schnell im Bereich IT. So, jetzt ist das ein Kompromiss. Ja, scheint durchzugehen. Also der Bundestag hat dem am Donnerstag zugestimmt mit breiter Mehrheit. 574 Stimmen dafür, 74 dagegen. Kritik kam von der AfD. Genau, die wollte das von der Tagesordnung haben. Genau, die AfD sagt, das muss von der Tagesordnung. Begründung nicht inhaltlich, sondern das sei aus dem Vermittlungsausschuss und eine solche Kungelrunde sei schlecht für die Demokratie. Und es ist, also wir zitieren das nicht, weil es so ein gutes Argument ist, sondern weil es aus meiner Sicht so ein Schlaglicht wirft auf den Politikstil, der da betrieben wird. Also zunächst mal muss man sagen, dieser Vermittlungsausschuss ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern der steht in Artikel 77 des Grundgesetzes. Ja, da kommt man jetzt erstmal nicht drum rum, dass unsere Verfassung diese Runde vorsieht, in der dann eben Kompromisse erzielt werden müssen. Und von diesem formalen Argument abgesehen zeigt es aber auch, dass die AfD inhaltlich einfach dieses Politikwert nicht durchdrungen hat. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja Kungelei im Vermittlungsausschuss gerade verboten. Das ist das Thema, das wir in der vergangenen Woche diskutiert haben. Der Vermittlungsausschuss kann ja eben nicht irgendwas ausdealen, sondern der Vermittlungsausschuss kann nur eine Einigung erzielen, die sich im Rahmen dessen halten muss, was im Bundestag schon diskutiert wurde. Und genau das ist auch passiert, es ist quasi das rausgeflogen aus dem Kompromiss, was der Bundestag rein korrigiert hatte, was also im ursprünglichen Gesetzentwurf nicht drin stand, nämlich die starre Finanzierungsquote. Mit anderen Worten, das hält sich alles im Rahmen dessen, was der Bundestag vorher schon diskutiert hat. Und deswegen kann auch aus meiner Sicht jedenfalls, ich weiß nicht wo die AfD das hernimmt, aber von Kungelei eigentlich gerade keine Rede sein. Ich finde das populistisch so zu argumentieren und auf Kungelrunden zu zeigen, die ehrlich in diesem Fall jedenfalls gar keine waren. Was sagst du? Ja, also ich würde das auch so sehen wie du. Der Bundesrat wird das jetzt am 15. März behandeln und aller, aller, aller Wahrscheinlichkeit nach dem zustimmen, sodass das Bundesbildungsministerium davon ausgeht, dass das erste Geld aus diesem Digitalpakt Schule noch in diesem Jahr fließen kann. Das ist natürlich sehr ehrgeizig, aber schauen wir mal, das muss ja auch noch alles beantragt werden, wahrscheinlich muss auch noch geprüft werden und, 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 jeder Antrag. Aber, ähm, schauen wir mal. Das ist ja schon erstmal eine gute Sache. Eine zweite gute Sache, finde ich, die die Bundesregierung oder zumindest ein Ministerium der Bundesregierung diese Woche gemacht hat, ist Svenja Schulze, von der man bisher relativ wenig gehört hat, Bundesumweltministerin von der SPD, hat einen Entwurf für ein erstes deutsches Klimagesetz vorgelegt, das gegen den Willen der Union. Die hatten das zwar vorher besprochen, aber die Union hat gesagt, wir sind uns da so uneinig, was da drin stehen soll, bitte legt das mal auf Eis, hat Svenja Schulze nicht gemacht, hat es vorgelegt. Und es ist. Das finden wir gut. Das finden wir grundsätzlich gut, weil es geregelt wird, endlich mal schwarz auf weiß, wie will Deutschland seine Klimaziele erreichen? Und zwar nicht einfach nur zu setzen, ja, insgesamt müssen wir irgendwann minus 40 haben, sondern das Interessante an diesem Gesetz ist, dass es, A, genau vorgibt, bis 2050 sollen wir 95 Prozent weniger Treibhausgasemissionen haben im Vergleich zu 1990. Und das besonders Interessante daran ist, dass diese Reduktion der Treibhausgase auf die ganzen einzelnen Sektoren richtig runtergebrochen und spezifiziert wird. Verkehr kriegt eine Vorgabe, die Industrie kriegt eine Vorgabe, die Landwirtschaft kriegt eine Vorgabe, wie viel sie bis wann zu reduzieren haben. Es soll einen unabhängigen Rat geben, der diese Ziele jedes Jahr überprüft. Und wenn diese Ziele nicht eingehalten werden, und das ist das, finde ich, Innovative daran, sind die jeweiligen Ministerien dafür verantwortlich. Also, wenn der Verkehr seine Reduktion nicht einhält, dann ist das Verkehrsministerium dafür verantwortlich. Und verantwortlich heißt, die EU sieht vor, wenn du deine Emissionen nicht einhältst und nicht genug sparst und mehr ausstößt, als du eigentlich darfst, dann musst du im Rahmen des Emissionshandels dir Zertifikate kaufen, also die Erlaubnis, eine Erlaubnis für eine Tonne CO2 ausstoßen zu dürfen. Das heißt, wenn der Verkehr mehr ausgestoßen hat, dann muss das Verkehrsministerium Zertifikate kaufen, Berechtigungen kaufen für die Anzahl der Tonnen, die eben über diesem Reduktionsziel liegen. Sprich, die einzelnen Ministerien müssen das aus ihrem Haushalt bezahlen und das wird natürlich teuer und die sozusagen soll so einen Anreiz geben, dass wirklich die Ministerien, Leute wie Andreas Scheuer von der CSU, dafür sorgen, dass die Reduktionsziele auch eingehalten werden. Und das stößt natürlich auf erheblichen Widerstand bei der Union. Wie gesagt, Svenja Schulze ist, glaube ich, nicht die allerdurchsetzungsstärkste Ministerin. Ich finde, das, was sie da so vorgelegt hat und das, was ich jetzt, wir haben den Entwurf nicht gelesen, was ist jetzt auch nur aus der Zeitung, aber das, was da so skizziert ist, das finde ich gut. Und ich finde gut, dass dieses Gesetz jetzt endlich mal vorgelegt wird, weil es eben, sagen wir mal, Klimawandel runterbricht auf einzelne Sektoren, handhabbar macht, gesetzlich vorschreibt, was zu tun ist und Verantwortung klar benennt. Da bin ich froh, dass das jetzt kommt. Ich habe ein paar Zweifel, dass das wirklich gesetzt wird, weil es eben, wie gesagt, eine Idee, ein Entwurf aus dem Ministerium ist und die Union da schon ordentlich Gegenwind macht. Und ja, meine Zweifel sind groß, dass ich Svenja Schulze durchsetzen kann. Ja, aber ich finde trotzdem, Philipp, dass das gut ist, dass sie einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Und zwar ehrlich gesagt sogar ganz unabhängig von der Frage, was da eigentlich drin steht im Entwurf. Denn jeder Entwurf führt jedenfalls dazu, dass über ihn gesprochen werden muss, weißt du, dass er im Kabinett ein Gegenstand der Diskussion ist, dass er dann auch hoffentlich in den Bundestag eingebracht wird. Es mag ja sein, dass da eine ganze Menge Dinge drinstehen, die noch geändert werden müssen. Das mag alles sein, aber jedenfalls kommt dann ein Prozess in Gang, der sich auch so einfach nicht mehr stoppen lässt. Natürlich ist noch nicht klar, ob dann so ein Entwurf auch eine Mehrheit findet. Aber weißt du, auch so ein Diskurs macht schon was und dann wird es möglicherweise einen neuen Entwurf geben für ein neues Klimaschutzgesetz. Aber man kriegt das Thema dann nicht mehr ganz so einfach tot. Das stimmt. Ja, insofern ist es einfach in der Politik, glaube ich, schon ein geschickter Move, überhaupt mal einen Vorschlag zu machen. Denn dann lässt sich das Thema eben nicht mehr ganz so einfach abräumen, als wenn es noch nicht mal einen konkreten Vorschlag gäbe, über den man dann eben sprechen könnte. Genau, zumal Klimaschutz ja eine Sache ist, die wirklich weite, weite Teile der Bevölkerung, glaube ich, viel, viel mehr bewegt, als die Politik das so wahrhaben will. Und ich glaube, es gibt da ein großes Spannungsverhältnis zwischen dem, was große Teile der Bevölkerung gerne hätten und dem, was die Politik umsetzt. Und das zeigt sich ja auch an diesen Schülerprotesten, auf die wir bisher noch nicht so richtig eingegangen sind, um ganz ehrlich zu sein. Nur so ein bisschen halb hämisch, nämlich es geht um Fridays for Future. Schüler gehen also regelmäßig für den Klimaschutz auf die Straße und bekommen jetzt aber, wie sich diese Woche rausstellt, Ärger mit der Schule. Genau, also Schülerinnen, diese Fridays for Future sind ja so eine Aktion, die die Greta Thunberg ursprünglich fast unabsichtlich ins Leben gerufen hat. Ursprünglich hat sich nämlich Greta im August vergangenen Jahres jeden Tag vor dem schwedischen Parlament auf die Stufen gesetzt. Er hat die Schule geschwänzt, um quasi zu protestieren dagegen, dass Schweden wohl die nationalen Klimaziele nach dem Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten wird. Und irgendwann hat sie das dann umgestellt auf einmal wöchentlich und nämlich freitags. Und dieses Zeichen von Greta Thunberg hat sich nun eben um die Welt verbreitet. In vielen, vielen Ländern gehen Schülerinnen und Schüler am Freitag, jedenfalls stundenweise, nicht in den Unterricht, sondern gehen demonstrieren gegen den Klimawandel. Und zugleich aber auch gegen die Erwachsenen, die die Zukunft der Schülerinnen und Schüler verspielen, indem sie nichts gegen den Klimawandel tun. So jedenfalls die Sicht der jungen Menschen. Genau. Und in Deutschland gibt es da inzwischen mehr als 150 regionale Gruppen. Da gibt es also jetzt nicht das eine Zentralkomitee, das das alles steuert, sondern ganz im Gegenteil, das ist so eine typische Graswurzelbewegung. Die Organisation läuft also meist über lokale oder regionale WhatsApp-Chats. Und diese Demos sind auch sehr, sehr, sehr bunt. Also die Wikipedia hat da eine ganze Reihe echt netter Fotos. Zum Beispiel ist da so eine junge Aktivistin zu sehen mit einem großen Schild. Dinos dachten auch, sie hätten Zeit. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Die Dinosaurier dachten auch, sie haben Zeit. Und dann mit einmal kam der Klimawandel, wobei man fairerweise sagen muss, bei den Dinos kam er wohl nach aktuellem Stand der Geologie durch einen Meteoriteneinschlag. Aber gut. Das kann uns ja auch noch bevorstehen. Genau, und wir versuchen jetzt ja gerade so einen ähnlichen Effekt zu erzielen, indem wir ganz viel Klimagase in die Luft blasen. Ein anderer Spruch, der mir da sehr gut gefallen hat. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Das bringt das ganz schön auf den Weg. Pathos ist immer ganz gut. Aber sag mal, wenn die die Schule schwänzen, wie finden das denn die zuständigen Landesregierungen, die ja für die Bildung und die Schule zuständig sind? Ja genau, da muss man sagen, ganz am Anfang hat man sich bei den allerersten Fridays for Future, hat man sich so ein bisschen totgestellt. Aber inzwischen regt sich gerade in konservativen Surprise, Surprise oder auch in liberalen Landesregierungen Widerstand gegen diese Proteste der Schülerinnen und Schüler. In Bayern kündigen jetzt die ersten Schulleiter Verweise gegen Schülerinnen und Schüler an und NRW-Ministerpräsident Laschet hat sich im Framing versucht. Anders kann man das glaube ich gar nicht bezeichnen. Er sagt nämlich, diese Proteste der Schülerinnen und Schüler seien glaubwürdiger, wenn sie außerhalb der Schulzeit stattfände. Ja, dann würden die Schülerinnen und Schüler wenigstens ein Opfer bringen, so Ministerpräsident Laschet und Stichwort Framing, damit schiebt er sie natürlich im Grunde in die Ecke der Luschis und Schulschwänzer, die nur unter irgendeinem Vorwand nicht in den Unterricht wollen. Genau, ich meine, kann man natürlich, ich meine, da ist ja was dran, also es ist ja nicht jetzt völlig außer Luft gegriffen. Man kann ja sagen, warum demonstriert ihr denn während der Schulzeit? Ich meine, das Kalkül ist, denke ich, klar, weil sie natürlich, weil wahrscheinlich wir auch nicht drüber reden würden, wenn die das nicht innerhalb ihrer Schulzeit machen würden. Ist so ein bisschen das Ding, es ist halt einfach, das ist halt, wie soll ich sagen, die klassische Struktur bei zivilgesellschaftlichem Protest, das einfach ziviler Ungehorsam, wo also bestimmte Normen nicht eingehalten werden, deutlich wirksamer ist, als wenn man einfach nur ganz brav für Samstag mittags um zwölf eine Demo anmelden würde. Und vielleicht kämen dann auch weniger, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber auf der anderen Seite finde ich es schon sehr hart, den Schülerinnen und Schülern von vornherein zu unterstellen, denn sie würden ausschließlich aus Luschigkeit protestieren. Also die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP hat im Grunde jetzt ins gleiche Horn getutet wie ihr Chef, der Ministerpräsident. Sie sagt nämlich, sie will nicht hinnehmen, dass Schüler wegen der Protestaktion Fridays for Future den Unterricht schwänzen. Und sie hat deswegen einen Brief geschrieben an alle Schulleiter in Nordrhein-Westfalen, in dem sie bekräftigt, die Schulpflicht sei durchzusetzen und die Teilnahme an einem Schulstreik sei während der Unterrichtszeit grundsätzlich unzulässig. Die Grünen aus Nordrhein-Westfalen kritisieren diesen Brief als ein Dokument der Hilflosigkeit. Der Brief lege nämlich den Verdacht nahe, dass politisch unliebsamer Protest abgewürgt werden soll, so jedenfalls die grüne Landeschefin Mona Neubauer. Und sie findet, dass junge Menschen sich politisch engagieren, sei ein gutes Signal an unsere Gesellschaft. Jetzt gibt es ja aber auch eine Reaktion, es gibt ja jetzt auch diese Parents for Future, glaube ich. Das sind so Eltern, Erwachsene mehr oder weniger, die in Solidarität zu diesen Kids von Fridays for Future sich formiert haben. Und ich glaube, das Ziel von denen ist, die Forderung der Jungen zu unterstützen für so eine Klima- und Umweltpolitik. Und die sind aber auch offen für alle. Also du musst da jetzt nicht ein Kind haben oder selber ein Kind haben oder so, ist egal. Du kannst dich dem anschließen. Und was sagt die Landesregierung dazu? Ja, sie kritisieren die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Sie sagen nämlich, die Landesregierung würde durch Druck auf Schulen und Herabwürdigung der protestierenden Schülerinnen, die versuchen, die Fridays for Future Bewegung zu diskreditieren. Also Parents for Future und diese selbsternannten Eltern weisen diesen Versuch in einem offenen Brief an den Ministerpräsident Laschet und die Schulministerin Yvonne Gebauer deutlich zurück. Wir sind der Überzeugung, dass der Klimaprotest der Schülerinnen absolut notwendig und auch in seiner Form dringend geboten ist. Wir sind stolz darauf, dass hier eine Generation aufsteht und mit Nachdruck das fortgesetzte Versagen der älteren Generation und vor allem der politischen und wirtschaftlichen Verantwortungsträger anprangert. Und das ist, denke ich, ja genau der Spin, in dem diese Schülerinnen und Schüler auch auf die Straße gehen. Die Wahrnehmung nämlich, weil ihr uns unsere Zukunft klaut. Die Erwachsenen, die in der Politik Verantwortung tragen, denken so jedenfalls die Kritik der jungen Menschen nicht genug darüber nach, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Also das entscheidende Moment ist ja, demonstrieren finden wahrscheinlich alle toll, wenn sich die jungen Leute einsetzen, finden auch alle toll. Aber es geht halt um während der Schulzeit oder nicht. Genau, das ist so die zentrale Frage. Das ist so die zentrale Frage. Und da, ja, wie siehst du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, klar, es gibt eine Schulpflicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, hat die Schule ja nicht nur ein rein akademisches Bildungsziel. Die Schule soll ja insbesondere auch demokratische Werte kommunizieren. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen ja gerade lernen, sich mit demokratischen Mitteln für ihre Überzeugung einzusetzen, ihre Überzeugung zu kommunizieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn von den knapp 30 oder rund 30, in manchen Schulen sind es ja auch mehr, Wochenstunden ein bis zwei ausfallen, ja, also kannst du ausrechnen, 5 Prozent vielleicht, so über den Daumen gepeilt, für die Wahrnehmung demokratischer Rechte, dann finde ich persönlich, dass, ehrlich gesagt, völlig verhältnismäßig, ist natürlich ein bisschen doof, wenn es jetzt immer dieselben Fächer trifft. Und da muss man dann schon sehen, wie man das vielleicht so ein bisschen besser verteilt. Insofern ist das mit den Fridays so ein bisschen schwierig. Aber ich finde das Argument, dass da also jetzt irgendwie die Schulpflicht beinhart durchgesetzt werden muss, nur so halb überzeugend, zumal man ja auch sagen muss, Demonstration ist ja tatsächlich auch ein Grundrecht. Klar, man kann jetzt nicht unter Berufung auf das Demonstrationsgrundrecht sagen, alle anderen Gesetze gelten nicht mehr. Ja, das geht natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Grundsätzlich könnte natürlich auch ein Schulgesetz die Demonstrationsfreiheit einschränken. Die Frage ist bloß, ob das überhaupt der Sinn und Zweck war eines solchen Schulgesetzes. Denn es gibt ja im Grundgesetz auch noch das Zitiergebot. Ich habe das jetzt nicht im Detail durchgeprüft, wie das in den Ländern aussieht. Aber nach meinem Kenntnisstand schränken die Schulgesetze jedenfalls explizit die Demonstrationsfreiheit gar nicht ein. Also insofern ist es gar nicht so einfach zu sagen, das Schulgesetz setzt der Demonstrationsfreiheit Grenzen. Ich habe dazu zwei Punkte. Das eine ist, also das eine ist, ich würde sagen, also auch, es ist ein riesiges Potenzial. Ich finde das toll, wenn sich Schüler, Schülerinnen so dafür engagieren und sich so dafür interessieren. Das finde ich auf jeden Fall ein hohes Gut. Und da würde ich zwei Punkte zu sagen. Das erste ist, die Schulen sollten das aufnehmen und dieses Thema im Unterricht behandeln, weißt du, sozusagen nicht dagegen kämpfen, sondern dieses Interesse und diese Aktivität aufnehmen und das irgendwie in produktiver Arbeit innerhalb der Schule irgendwie umsetzen. Sei es mit Projektwochen, sei es im Unterricht, sei es irgendwie dieses Thema aufgreifen und in ihren Unterricht einbinden. Zweitens, wenn es darum geht, Schulstunden abzureißen, dann würde ich sehen, dass zuallererst mal die Länder in der Pflicht sind, diesen ganzen Unterrichtsausfall zu bekämpfen. Weil wenn ich nämlich sehe, wie viele Stunden einfach so ausfallen, weil Lehrer fehlen, weil Schulbauten nicht fertig werden, weil etc. pp. Dann glaube ich, ist das an den Schulen, von denen ich das weiß, in Berlin übertrifft das, dieses Maß an Schulausfall, an Stundenausfall, was jetzt durch diese Demonstrationen entsteht, um ein Vielfaches. So, und da würde ich dann sagen, also das ist dann mal die größere Pflicht, da für den Unterrichtsausfall zu sorgen, beziehungsweise für dessen Beseitigung. Und dann glaube ich auch, es ist vertretbar, wenn die während der Schulzeit demonstrieren. Ja, ich suche das mal gerade hier raus, § 125 des Schulgesetzes von Nordrhein-Westfalen hat nämlich sogar eine Regelung zur Einschränkung von Grundrechten, aber zum Demonstrationsgrundrecht lese ich da nichts. Also vielleicht können da ja nochmal Hörerinnen und Hörer in anderen Schulgesetzen der Länder schauen, das können wir jetzt nicht für alle Länder machen, aber jedenfalls, also das Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zitiert nicht Artikel 8 des Grundgesetzes als eingeschränkt. Das spricht jetzt erstmal dafür, dass sich dieses Gesetz nicht heranziehen lässt, um zu sagen, die Schulpflicht schränkt das Demonstrationsgrundrecht ein. Und dann müsste man schon mal sehr deutlich sagen, dass man die Schulpflicht wohl oder übel dann auch im Lichte der Versammlungsfreiheit auszulegen hat. Und da finde ich dein Argument ehrlich gesagt sehr überzeugend, Philipp, zu sagen, wie ernst nehmen kann man denn eigentlich eine Verwaltung, die diese ein, zwei Stunden pro Woche mit aller Gewalt durchsetzen möchte, die aber selber nicht verhindern kann, dass mindestens genauso viele Stunden durch Organisationsmängel und Lehrermangel ausfallen. Das finde ich ehrlich gesagt ein sehr schönes Argument, was du da gemacht hast. Jetzt kommen wir zu einem Phänomen, von dem wir ja beide auch immer betroffen sind, deswegen haben wir das hier mal reingenommen. Es geht um Carsharing. Diese Woche hat der Lobbyverband, der Carsharer, seinen Jahresbericht vorgestellt. Und das war insofern ganz interessant. A, dass es ein paar ganz interessante Zahlen gibt, aber auch eine ganz interessante Einschätzung zur Frage, wie ökologisch ist denn jetzt Carsharing eigentlich? Also Carsharing meint ja, man teilt sich halt ein Auto. Und da ist es so, dass das Ding boomt. Also es gibt 2,4 Millionen Accounts bei Carsharing-Diensten, muss man sagen. Die Lobbyisten sagen immer, es gibt 2,4 Millionen Kunden, die fahren, aber das stimmt ja nicht, weil viele ja bei zwei Carsharing-Unternehmen oder mehreren Accounts haben. Also es sind 2,4 Millionen Accounts, ein paar weniger Leute werden es nutzen. Das sind 350.000 Accounts mehr als im Vorjahr, also plus 16 Prozent. Man kann schon von einem Boom reden. Jedenfalls, was die Anmeldung angeht. Jedenfalls, was die Anmeldung angeht. Es sind 220.000 Autos in ganz Deutschland. Nee, 20.200. Nee, 20.200. Oder das ist ein Tipp wieder. Nee, 20.200. Autos also auch plus 12,5 Prozent Autos, die also innerhalb dieses Carsharing genutzt werden. Auch da geht die Zahl nach oben. Man muss aber, das wissen glaube ich viele nicht, unterscheiden zwischen zwei Modellen beim Carsharing. Das eine ist diese Free-Floating und das andere ist stationsbasiert. Also die meisten, und das ist auch am öffentlich sichtbarsten, sind diese Free-Floating-Dinger. Das ist so im Großen und Ganzen Car2Go und DriveNow. Es gibt noch ein, zwei andere, aber im Großen und Ganzen sind das diese beiden Marken, die ja jetzt ein Unternehmen werden. Und da gibt es also in ganz Deutschland 9.000 Autos in 18 Orten. Also das ist im Wesentlichen ein Metropolenphänomen, wo du eben ein Auto innerhalb eines bestimmten Geschäftsgebiets einfach per App ausleihen kannst. Dann gehst du da hin, 200, 300, 400 Meter, zack, leiste, fährst rum und stellst es irgendwo in diesem Geschäftsgebiet wieder ab. Und dem gegenüber steht das stationsbasierte Carsharing, wo es halt ganz, sagen wir mal, dezidierte Parkplätze gibt, auf denen halt Carsharing-Autos stehen. Davon gibt es 11.000, also 9.000 von den einen, 11.000 von diesen stationsbasierten an 740 Orten in Deutschland. Also das ist wesentlich mehr in der Fläche. Und da ist es aber so, dass du das Auto dort abholst und auch dort wieder abstellen musst. Und ich habe mich immer gefragt. Das ist einfach mit viel mehr Organisationsverfahren verbunden. Das muss man glaube ich dazu sagen. Du musst halt dann teilweise langfristig im Vorraum sagen, ich hätte gerne dann und dann ein Auto und muss das an einer bestimmten Station in Empfang nehmen und normalerweise doch auch an derselben Station wieder abgeben. Du kannst es nicht einfach irgendwo an einer anderen Station abgeben, normalerweise, soweit ich weiß. Genau, und ich habe mich auch immer gefragt, was ist denn der Reiz daran? Und der Lobbyist sagte halt, naja, diese stationsbasierten Autos kosten die Hälfte, sind deutlich billiger als diese Free-Floating, Car-to-Go und Drive-Now-Autos. Und du kannst sie halt viel, viel längerfristiger mieten. Also du, diese Drive-Now-Geschichten und so, die kannst du immer nur eine Viertelstunde reservieren. Dann kannst du zum Auto hingehen und danach steht das Auto wieder öffentlich zur Verfügung. Du kannst es dann nochmal reservieren. Aber wenn du wirklich ein Auto brauchst für einen Umzug, für eine Reise oder, weißt du, so einen richtigen klassischen Auto-Einsatz, dann kannst du das mit diesen stationsbasierten, mit diesen Free-Floating kaum machen und greifst halt auf diese stationsbasierten zurück. Und die Frage ist natürlich, jetzt habe ich es angedeutet, wie ökologisch ist denn das jetzt eigentlich? Also wie viele Menschen nutzen solche Autos und wie viele Privat-PKWs werden denn durch Carsharing ersetzt? Und da sagen die, also die Nutzung, sagen wir mal, ist natürlich bei dem Free-Floating viel größer. Also 220 Menschen ungefähr nutzen ein Auto bei diesem Drive-Now-Car-to-Go und ein Auto wird beim stationsbasierten von ungefähr 58 Menschen genutzt. Also da ist sozusagen die, sagen wir mal, die Effizienz ist bei dem Free-Floating größer, weil die natürlich viel mehr in Bewegung sind und viel mehr ausgelastet sind. Das ist aber ein rein statistischer Wert. Das ist ein rein statistischer Wert. Das ist jetzt einfach nur irgendwie Zahl der Menschen, die die Account haben, geteilt durch die Zahl der Autos. Das heißt jetzt nicht, dass wirklich ein Auto von 220 Menschen der Reihenfolge nach genutzt wird oder so. Das ist nur eine Statistik. Nein, das nicht. Und die, finde ich, aber die viel wichtigere Frage ist, wie viele private Pkw werden jetzt wirklich ersetzt? Also wie viele Leute verzichten wirklich auf ein eigenes Auto oder verkaufen vielleicht ihr eigenes Auto, was dann rumsteht und Platz verbraucht etc., weil es eben Carsharing gibt. Und da sagt dieser Lobbyistenverband im Prinzip ersetzt solche Carsharing-Autos, ersetzen die private Pkw, die nach verschiedenen Studien, die sie ausgewertet haben, so acht bis zwanzig Autos pro werden ersetzt. Private Pkw werden ersetzt durch ein Carsharing-Auto. Das klingt natürlich jetzt extrem viel. Er klingt extrem viel, ja. Deswegen muss man, das muss man ehrlicherweise glaube ich dazu sagen, das sind jetzt halt Zahlen von einem Lobbyverband, denn die wissen das ja letztlich selber nicht. Also ich bin seit vielen Jahren bei den beiden großen Free-Floating-Anbietern registriert und auch bei einem der stationsbasierten, da gibt es ja von der Bahn so eine Bahntochter. Flinkster, ja genau. Flinkster und ich müsste, also wenn es eine Umfrage gegeben hätte zu der Frage, haben sie jetzt ihr Auto abgeschafft, ja oder nein, dann in den letzten zehn Jahren, dann hätte ich das eigentlich mitkriegen müssen. Ja Philipp, du bist da ja auch Kunde bei vielen. Insofern, solche Umfragen gab es nicht, das heißt also die Frage, wie die wirklich darauf kommen, dass acht bis zwanzig Autos abgeschafft werden, I don't know. Es gibt Studien, es gibt Studien, also das sind natürlich dann keine, also soweit ich weiß, sind das keine Befragungen von allen, die das Ding nutzen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, alle, die so einen Account haben, werden befragt, das ist glaube ich nicht passiert, aber es gibt verschiedene Studien dazu, die ja natürlich alle ein verschiedenes Studiendesign haben, deswegen sind sie manchmal schwer vergleichbar und so. Also ich würde diese Zahlen auch mit großer Skepsis, sagen wir mal, nehmen. Was man aber glaube ich schon, sagen wir mal, wo man schon ein bisschen näher an der Realität ist, ist bei der Unterscheidung dieser Modelle. Weil der Lobbyverband sagt, also wie viel genau private PKCs jetzt vielleicht ersetzt werden oder nicht, aber was sie wohl sagen ist, dass dieses stationsbasierte Modell deutlich mehr Anreiz bietet, das eigene Auto zu ersetzen als das Free Floating Modell. Und Gunnar Nerke vom Bundesverband Carsharing sagt, wenn man sich diese beiden Modelle anschaut. Dann ist das stationsbasierte Modell eindeutig, dass das mehr private PKW ersetzt. Wir haben in der letztjährigen Studie das erste Mal auch gefunden, dass in dem Fall Car2Go gar keine privaten Fahrzeuge ersetzt hat. Das ist natürlich nicht das gewünschte Ergebnis. Also da ist sozusagen der Verdacht, dass diese Free Floating, Car2Go und Co. eher eingesetzt werden, um ÖPNV zum Beispiel zu ersetzen. Oder Taxi. Oder Taxi, ja. Wenn du vier Tickets im BVG in Berlin für eine Familie, vier BVG-Tickets kaufen sollst und den gleichen Weg aber im Car2Go machen kannst, bist du in der Regel billiger. Oder häufig zum Beispiel. Und ja auch schneller. Und auch schneller manchmal. Kommt immer drauf an, aber manchmal schon. Also das ist zumindest so die Tendenz. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du nutzt ja auch Car2Go und hast ein eigenes Auto. Ja, also ich merke schon, dass diese stationsbasierten Modelle mir immer so ein bisschen zu unflexibel waren. Also klar, wenn man natürlich ein Auto langfristig braucht für irgendwie einen Wochenendtrip oder für einen Umzug oder so, dann macht das Sinn. Da war dann aber meine Erfahrung, das ist aber jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das probiert habe, dass dann jedenfalls Flings da immer gerade kein Auto mehr frei hatte. Also insofern bin ich, muss ich so offen sagen, von der Nutzung dieses Anbieters so ein bisschen weggekommen. Einfach, weil ich da quasi hier und da mal frustriert worden bin. Deswegen, da so stationsbasiert kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Wenn ich mir so die Car2Go-Nutzung angucke, dann benutze ich das eigentlich vor allem dann, wenn aus irgendwelchen Gründen der ÖPNV nicht praktisch genug ist in Berlin und ich aber auch nicht Fahrrad fahren kann. Also insbesondere, wenn ich irgendwas transportieren muss oder wenn ich jetzt irgendwie für irgendeinen offiziellen Termin in Schlips und Sakko aufschlagen muss und dann aber nicht radeln will und es irgendwie mit der BVG nicht geht. Das ist so quasi, für mich ist Car2Go der Lückenfüller, wenn sonst nichts mehr geht. Aber, Stichwort eigenes Auto ersetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mein Auto aus irgendeinem Grunde nicht mehr nutzen könnte, dann muss ich sehr lange überlegen, ob ich mir wirklich ein neues kaufen würde. Ich glaube, ich würde das dann zum Anlass nehmen, wirklich nochmal zu gucken, ob ich nicht inzwischen, ich wohne jetzt auch in einer anderen Ecke in Berlin als damals, mit stationsbasierten Modellen plus Car2Go nicht eigentlich meine Mobilitätsbedürfnisse völlig befriedigen kann. Also ich habe ja kein Auto und werde mir auch definitiv keins kaufen und das liegt auch daran, dass es diese Free-Floating-Systeme gibt, weil manchmal braucht man doch ein Auto und dann nutze ich das. Ich merke aber auch, dass ich durchaus manchmal zu bequem bin und mit der BVG fahren könnte, aber das dann nicht mache, sondern mir schnell mal ein Auto klicke. Dann gucke ich schon, dass das elektrisch ist, aber das merke ich bei mir schon, dass es da die Tendenz gibt, BVG-Fahrten durch Autofahrten zu ersetzen. Ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist schon hier und da mal verführerisch. Das will ich nicht ausschließen, dass es bei mir auch vorkommt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch schon so, dass ich mit dem Kundendienst von bestimmten Anbietern, das will ich jetzt gar nicht ausführen, wenn da jetzt auch niemand konkret trashen, nicht so die allerbesten Erfahrungen gemacht habe. Da sind einfach eine Reihe von Dingen vorgekommen, wo ich sehr viel Druck machen musste per E-Mail, bis die dann aus meiner Sicht völlig absurde Forderungen endlich haben fallen lassen. Also keine Ahnung, man muss zum Beispiel seinen Schlüssel, wenn man fertig ist mit dem Fahren, in so einen Halter drücken. Und manchmal schnallt das aber das System nicht, dass der Schlüssel abgegeben ist und schließt dann das Auto nicht ab. Und du kriegst aber keine Warnung. Das heißt, dann steht das Auto da, die Miete läuft weiter und du erfährst es nicht. Und wenn du richtig Pech hast, und das ist mir vor einiger Zeit mal passiert, dann kommt irgendein Typ des Weges, schnappt sich das Auto und fährt damit rum. Verstehst du? Auf deine Kappe und auf dein Risiko und auf deine Kosten. Und da musst du sagen, dass du das nicht warst. Ja klar, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich doch von den Herstellern dieser Systeme erwarten, dass sie ihre Systeme so konfigurieren, dass so typische Nutzerfehler, wobei in diesem Fall war es noch nicht mal ein Fehler, dass die abgefangen werden. Da möchte ich doch, wenn ich das Auto abstelle, da möchte ich doch eine Nachricht bekommen per Push-Nachricht mit einem schönen Dreiklang, ihr Auto ist erfolgreich abgegeben oder wollten sie ihr Auto wirklich nicht abschließen. Das ist doch so einfach. Das passiert aber mittlerweile schon. Bei DriveNow kriege ich das. Bei DriveNow ist es so. Also ich habe mich jedenfalls schwarz geärgert und wenn man dann so eine E-Mail an den Support schreibt und sagt, liebe Leute, das ist doch klar, also ihr könnt jetzt sagen, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich nicht genug drauf geguckt habe, will ich nicht ausschließen. Auf der anderen Seite bin ich halt ein Mensch, der macht halt Fehler. Ihr könntet diese naheliegenden Fehler eurer User doch ganz einfach abfangen, indem ihr eure App so ein klitzekleines bisschen verbessert mit einer ganz einfachen Funktion und da kriegst du dann irgendwelche arroganten Nachrichten zurück. Und da muss ich sagen, da spürst du halt einfach, dass leider Gott die Konkurrenz nicht stark genug ist. Du hast das Stichwort Zusammenschluss der beiden großen Anbieter im Bereich Free Floating schon angesprochen. Es gibt also im Prinzip bald nur noch einen und das ist natürlich eine riesen Katastrophe, wenn die den Markt da unter sich aufgeteilt haben oder im Grunde nur noch einen Anbieter überhaupt den Markt bespielt, dann wird der Service vermutlich noch schlechter. Also da mache ich mir echt Sorgen. Also das Argument der Lobbyisten ist halt, naja, das ist halt ein Anbieter in großen Metropolen, die Mehrheit der Carsharing-Geschichten ist halt dieses stationsbasierte, das ist halt auch in der Fläche dann und da ist die Konkurrenz größer. Aber sie fordern jedenfalls, und das finde ich durchaus sinnvoll, mehr Stellplätze ausweisen zu können für Carsharing, also auch für stationsbasierte, da gibt es wohl seit 2017 so ein Carsharing-Gesetz, aber das ist auch so ein kleiner Schildbürger-Nummer. Es gibt dieses Gesetz, was also Kommunen es erlaubt, solche Parkplätze auszuweisen für Carsharing-Autos, aber es fehlt noch eine zugehörige Verordnung, auf die sich dann auf dieses Gesetz sich bezieht, die klärt, wie denn die Schilder aussehen müssen, um diese Autos, die da parken dürfen und die Stellplätze, die dort zur Verfügung stehen, zu kennzeichnen. Und da noch niemand weiß, wie diese Schilder aussehen sollen, geht es da wohl noch nicht richtig voran, aber die Lobbyisten sind optimistisch, dass das so in diesem Jahr noch passiert mit dieser Verordnung. Ach, und wissen wir woran das hakt, ist das wieder das Verkehrsministerium, das die Autoverkäufe stützen kann und deswegen den Free-Floatings da Probleme macht? Ich weiß es nicht. Und dann fordern sie, das finde ich auch sinnvoll, Ladesäulen zu fördern an diesen Stellplätzen, weil bisher nur 10% der Carsharing-Autos nämlich elektrisch sind. Das ist zwar immer noch deutlich mehr als diese 2% elektrische Autos bei den privaten Pkw insgesamt, aber diese Carsharing-Autos sind natürlich prädestiniert dafür, elektrisch zu fahren, weil sie da immer schön aufgeladen werden können. Also ich finde durchaus, also diese Idee, wie könnte also ein ökologisches Verkehr aussehen, ist halt ein Baukasten. Du brauchst auf jeden Fall einen super öffentlichen Nahverkehr, damit die Verlockung eben zu solchen Floating-Systemen zu greifen möglichst gering ist. Du brauchst einen super Radwege. Und dann finde ich, wenn du wirklich stationsbasiertes Carsharing in deiner Nähe hast, wirklich um die Ecke, dass du eben nicht so weit laufen musst, sondern dass es eine hohe Dichte davon gibt, wo du weißt, da stehen viele Autos, da kannst du eigentlich immer hingehen, dann finde ich, macht das auch durchaus Sinn. Dann könnte ich mir das auch attraktiv vorstellen, wenn ich 200 Meter von meiner Wohnung, wie so ein, wüsste, da ist so ein Parkplatz mit immer 10 Autos und ich kann mir da mal eins besorgen, dann glaube ich, würde ich das öfter nutzen. Vor allen Dingen, wenn es auch noch die Hälfte kostet. Und wenn es dann noch elektrisch wäre. Und wenn es so elektrisch wäre. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angeschnitten, für den es aus den Vereinigten Staaten jetzt auch erste Studien gibt, die so, wie soll ich sagen, nichts Gutes verheißen, nämlich Stichwort, wie ist denn das eigentlich mit der Konkurrenz zwischen Free-Floating-Carsharing und dem öffentlichen Nahverkehr? Also in Berlin die BVG, das Stichwort ist ja schon mehrfach gefallen, in anderen Städten dann eben andere Verkehrsunternehmen. In den Vereinigten Staaten ist gerade eine Studie erschienen, dass insbesondere Uber, was ja eher so ein Taxi-artiger Dienst ist, dazu führt, dass immer weniger Leute den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Teilweise gibt es Rückgänge von bis zu 25 Prozent, weil die Leute jetzt eben sagen, okay, ich fahre nicht mehr U-Bahn, sondern ich schnappe mir schnell ein Uber. Und einen ähnlichen Effekt kann man sich bei Free-Floating-Carsharing natürlich auch vorstellen. In San Francisco insbesondere geht man davon aus, dass die dramatische Zunahme der innerstädtischen Staus vor allem dadurch bedingt ist, dass Leute von BART, was das lokale U-Bahn-System ist, umgestiegen sind auf Uber. Und das kann natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn sowohl Carsharing, insbesondere Free-Floating-Modelle, als auch Uber zum Beispiel dazu führen, dass die Menschen weniger öffentlichen Nahverkehr nutzen. Genau, das führt uns zu unserem nächsten Thema, nämlich es gibt dazu auch Vorschläge aus dem Hause Scheuer, aus dem Verkehrsministerium, der diesen Diensten, es gibt das Carsharing, es gibt den öffentlichen Nahverkehr und es gibt eben diese Uber-Taxi-artigen Mietwagen und Pooling-Dienste, die der Verkehrsminister erleichtern will. Da hat er jetzt Eckpunkte vorgelegt und er will sozusagen diesen Diensten mehr Rechtssicherheit bieten, da gibt es ja schon eine Menge davon, Volkswagen hat so einen Shuttle-Service, nennt sich Moja, Sixt will jetzt sozusagen, also von diesen reinen Mietwagen auch auf Leihwagen und mit Privatschauffeure umsteigen, die Deutsche Bahn hat in Berlin dieses Clever-Shuttle. Also die Lage heute ist so, es gibt einerseits diese Mietwagen, die zählen halt nicht zum öffentlichen Nahverkehr, der Auftrag muss am Betriebssitz entgegengenommen werden, nach dem Auftrag eines solchen Mietwagens muss der wieder zu seinem Betriebssitz zurückkehren, er kann nicht einfach irgendwo auf Leute warten, er kann schon gar nicht unterwegs Passanten einfach mitnehmen. Und dafür zahlt man halt den vollen Umsatzsteuersatz 19 Prozent. Dagegen gibt es diese sogenannten Taxen, die Taxis, die sind besonders geschützt, die dürfen nämlich als einzige unterwegs Leute einsammeln, die sind die einzigen, die irgendwo in der Stadt auf Gäste warten dürfen und zahlen nur 7 Prozent Umsatzsteuer. Denn sie gelten als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, denn Taxen müssen jeden Fahrgast mitnehmen, können nicht eben ablehnen, die Preise sind geregelt und festgelegt, Taxen sind verpflichtet auch in den Randzeiten zu fahren, also zu merkwürdigen Zeiten, wo es sich vielleicht sonst nicht so lohnen würde. Und sie erfüllen eben so eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ähnlich wie Busse und Bahnen und deswegen sagen auch Taxilobbyisten, muss es eine Mischkalkulation geben und deswegen müssen die weiterhin auch privilegiert bleiben, dass sie eben nur 7 Prozent zahlen, dass sie die einzigen sind, die Gäste aufnehmen dürfen und dass sie die einzigen sind, die in der Stadt einfach warten dürfen. Und dann gibt es halt hier noch Uber, das ist letztlich so eine, auch hier in Deutschland aufgrund von Gerichtsentscheidungen, ein Dienst wie MyTaxi oder so, die vermitteln einfach über eine App Taxen. Aber da muss man glaube ich schon zur Präzisierung dazu sagen, das ist jetzt eben die besondere Situation, was Uber in Deutschland macht, das eigentliche Geschäftsmodell von Uber ist ein ganz anderes. Eigentlich geht es darum, dass das ganz normale Bürgerinnen und Bürger bei Uber sich als Fahrer anmelden und dann mit ihrem privaten Pkw Taxi-artig Leute von A nach B transportieren. Das heißt also, man meldet sich da an als Fahrer und setzt sich in sein Auto und wartet, dass ein Auftrag kommt und aus der Kundenperspektive fühlt sich das so an, man macht eine App auf, sagt, ich brauche hier und da ein Uber, da und da möchte ich hinfahren und dann sagt einem die App von vornherein, was diese Fahrt kostet. Und dann kommt eben irgendein Uber-Fahrer, irgendein Privater mit seinem Auto vorbeigefahren, sammelt einen ein und fährt einen dann von A nach B. Und zwar jedenfalls in den USA zunächst mal ohne jede Form von Lizenzen. Und das, wie gesagt, hat Philipp gerade schon angedeutet, funktioniert in Deutschland nicht. Da gab es also eine ganze Reihe von letztlich Konkurrentenschutzklagen von Taxi-Unternehmen, die gesagt haben, naja, das ist doch quasi unser Refugium. Das dürfen doch nur wir anbieten, solche taxiartigen Fahrten, da braucht man alle möglichen Formen von hoheitlichen Genehmigungen. Laut Personenbeförderungsgesetz, also dass da Uber dagegen verstoßen hat, ist, denke ich, unstrittig. Genau, das ist unstrittig, das würde, glaube ich, auch Uber nicht mehr bestreiten. Nur das muss man eben wissen, dass das Uber, was man heute in Deutschland erleben kann, eigentlich wenig zu tun hat mit dem klassischen Geschäftsmodell von Uber, wo eben Privatleute keine Profis fahren, wobei natürlich inzwischen auch Leute Teile ihres Einkommens oder sogar ihr gesamtes Einkommen aus Uber-Service bestreiten. Also natürlich gibt es Leute, die das viel machen, aber die Grundidee war, dass eben jeder irgendwie sich hier ein paar Mark 50 dazu verdient. Genau, und neue Dienste dürfen in Deutschland eben heute nur befristet getestet werden, also auf vier Jahre befristet. Da gibt es, wie gesagt, in Berlin Clever Shuttle von der Bahn, gibt es 30 Fahrzeuge, man kann die per App eben buchen, aber eine Mitnahme auf der Straße ist eben nicht erlaubt. In Berlin gibt es bei der BVG das Berlkönig-Sammeltaxi, wo also verschiedene Leute mit ähnlichem Ziel eingesammelt werden und Algorithmen berechnen dann die richtige Route und die Leute steigen unterwegs wieder aus. Das wird halt hier aber nur getestet, da gibt es also keine wirkliche Rechtssicherheit, dass du weißt, okay, da kann ich investieren, das wird weitergehen. Und das will Scheuer eben jetzt ändern, indem er sozusagen Hürden abbaut und aber auch ein bisschen neue Zäune aufstellt. Er will zum Beispiel, dass die digitale Vermittlung von Fahrten genehmigungspflichtig sein soll, also sowas wie MyTaxi würde ich darunter verstehen. Dann sollen aber auch Vorgaben wegfallen, etwa die dem Mieter, also dem Taxifahrenden oder der Fahrenden das Recht gibt, den Ablauf der Fahrt selbst zu bestimmen. Dahinter steckt die Idee, Algorithmen sollen die Fahrt bestimmen können, um die optimale Streckenführung rauszunehmen. Dann sollen Nahverkehrsunternehmen solche Mitfahrgelegenheiten per App anbieten, also so wie das die BVG da mit dem Berlkönig macht, wenn sie den klassischen Linienverkehr ersetzen, ergänzen oder verdichten. Also das soll zu sagen, da Nahverkehrsunternehmen soll es erlaubt sein, solche Autodienste anzubieten in Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Mietwagenanbieter sollen auch solche Pooling-Dienste anbieten dürfen, also mehrere Fahrgäste mit ähnlichen Zielen einsammeln dürfen. Aber sie dürfen Bus und Bahn auf hochfrequentierten Strecken nicht kannibalisieren und dann darf ihnen auch die Kommune den Dienst dort untersagen. Dafür soll aber die Rückkehrpflicht für Mietwagen aufgehoben werden. Sie dürfen dann zwar nicht Fahrgäste unterwegs einsammeln, aber sie können halt in der Stadt rumfahren und dort auf Fahrgäste unter Umständen warten. Also das sind erstmal nur Eckpunkte, das ist alles noch nicht aussortiert, aber es gibt so einen Schutz für den öffentlichen Personennachverkehr, ist da zumindest vorgesehen, dass er zwar grundsätzlich erlauben will, quasi einzelne Sitze zu vermieten von Fahrzeugen, aber falls das den Linienverkehr oder den ÖPNV schade, dann kann es unter Umständen auch von Kommunen verboten werden. Und es gibt einen Schutz für Taxen, Zitat steht in dem Ding drin, Mietwagenunternehmen kann von den zuständigen Genehmigungsbehörden für bestimmte Fahrgastbereiche ein sogenanntes Aufstellverbot auferlegt werden. Also das heißt, die Mietwagen dürfen dann nicht überall fahren, um eben zum Beispiel Taxen zu schützen. Da gibt es natürlich jetzt viel Debatte, wie das bei solchen Eckpunkten immer ist. Ja, wir müssen das aber so ein bisschen strukturieren, das heißt also bislang haben wir die Taxen, die haben viele Privilegien, die können nämlich einfach rumfahren, irgendwo stehen, Leute einsammeln. Auf der anderen Seite müssen sie aber jeden mitnehmen und sie haben eine feste Gebührenordnung, das ist so ganz grob. Bestimmte Pflichten, dafür aber auch viele Privilegien und Mietwagenunternehmer, das ist ja ein Geschäftsfeld, das bislang eine ganz geringe Rolle nur spielte, irgendwie klar eine Ahnung, feste Chauffeurdienste und so. Ja, Grauzone. Und das wird aber immer wichtiger, ne? Ja, es gibt in Berlin, sagt die FATS, irgendwie 1800 Mietwagen, die so in so einer Grauzone rumfahren, weil du bist mit dem Mietwagen unterwegs und es ist natürlich schwer zu kontrollieren, ob du jemanden absetzt und dann wirklich zu deinem Betriebsort zurückfährst. Genau, das war nämlich bislang der große Unterschied, das war mir nur wichtig, dass also diese Mietwagen quasi immer von der Zentrale losfahren, nachdem sie einen Anruf bekommen haben, dann holen sie irgendwen ab, liefern den irgendwo ab und fahren dann wieder zurück nach Hause. Also das war so ein bisschen die Idee dabei, anders eben als Taxis, dafür haben die aber auch bestimmte Privilegien und dann gibt es eben diese App vermittelten Dienste wie zum Beispiel Uber, die in Deutschland bislang komplett illegal waren. Und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Andreas Scheuer jetzt so hier und da an so ein paar Stellschräubchen drehen, Philipp, du hast ja schon ganz viele Details genannt, aber klingt das denn für dich nach, oder auch für die Verbände, die sich dazu geäußert haben, nach einem in sich schlüssigen Konzept? Oder ist das jetzt, wird das alles dann doch eher so ein bisschen chaotisch? Ja, also das ist so ein bisschen schwer zu sagen, die Grünen kritisieren, dass es eben keinerlei ökologisches Konzept dahinter ist und sie befürchten eben diese von uns auch schon beschriebenen Kannibalisierungseffekte beim öffentlichen Nahverkehr. Die sehe ich also massiv, also das sehe ich massiv, dass wenn du also es, sagen wir mal, neuen Diensten auf Autobasis erlaubst, durch die Stadt zu fahren und Leute einzusammeln, ja, oder zu buchen, dass das nicht zulasten des öffentlichen Nahverkehrs in Städten gehen soll, das fällt mir schwer vorzustellen, wie das funktionieren soll. Deswegen finde ich das, was der VCD, der Verkehrsclub Deutschland sagt, also so ein, sagen wir mal, durchaus ökologisch klimaorientierter NGO-Verband, der sagt, die Kommunen müssen solche Ridesharing-Sachen definieren können, ja, also wo sollen die fahren, wo ist das wichtig und zwar sollen sie das nur da machen können, wo der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, schlecht oder gar nicht vorhanden ist, ja, dann dürfen diese Ridesharingen. Das muss man nämlich sehen, das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr smarte Idee. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, was kann man denn da tun, um diesen Kannibalisierungseffekt zu verhindern und wenn man einfach sagt, naja, wir definieren eben hoheitlich in einer Kommune, dass es ein Ergänzungsangebot ist, denn mal ganz ehrlich in Berlin-Mitte zum Beispiel gibt es so viele U-Bahn-Busse, tralala, da braucht es nun eigentlich nicht auch noch U-Bahn und den Bergkönig und was es sonst so geht. Es sei denn, sie sind rein elektrisch, finde ich, das ist dann nochmal eine andere Sache. Da können wir drüber streiten, aber wenn man jetzt nur mal das Mobilitätsangebot betrachtet, dann haben wir doch die Probleme in den Randgebieten der Städte und gerade auch so in den sogenannten Speckgürteln, Stichwort Anbindung brandenburgischer Kommunen an Berlin, um jetzt nur mal das lokale Beispiel zu bringen. Aber ähnliche Probleme gibt es ja, haben wir ja erlebt zum Beispiel neulich, als wir in Bamberg waren, Philipp, weißt du noch? Da haben wir ja quasi geschlafen und auch unsere Sendung gehabt im Speckgürtel, wollten aber nach Bamberg rein und es ging letztlich wirklich nur sehr mühevoll mit dem öffentlichen Nahverkehr, sodass wir dann ein Taxi nahmen, ja, Nolenz, Wohlenz und wenn es da ein besseres Angebot gegeben hätte mit Pooling-Diensten oder so, das hätten wir doch sofort gemacht. Hätten wir sofort gemacht, also das glaube ich, ist es ganz wichtig, was der VCD da sagt, dass die Kommune selber entscheiden muss, wo brauchen wir das und das weiß ich aus der Provinz, war gerade bei meiner Mutter, hab mit einem Nachbarn gesprochen, der muss seine Kinder irgendwie 20 Kilometer entfernt in die Schule bringen, fährt natürlich überhaupt keinen Bus über die Dörfer, was haben sie gemacht, sie haben halt mit dem lokalen Busunternehmer genau sowas organisiert, ein Kleinbus, der Kinder einsammelt und der die zur Schule fährt und am Ende schießt halt der Landkreis, sag mal, Geld zu in Höhe des billigsten Tickets oder sowas, sodass sie da plus minus null rauskommen. Aber genau für sowas finde ich das total sinnvoll, ja und VCD sagt auch, das muss sozusagen in dem ÖPNV-Tarif mit drin sein und auch in den Fahrplänen mit integriert sein, so finde ich, dann macht das Sinn, aber in den Metropolen habe ich eher das Gefühl, da sehe ich noch nicht so richtig, wie man das organisiert, dass das nicht auf Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs geht. Und wenn ich sage, also mit Verbrennern ist das schon mal dreimal schlecht, aber selbst mit Elektroautos hast du trotzdem natürlich Autos, die durch die Stadt fahren. Also man könnte, aber das wäre doch zum Beispiel eine sehr sinnvolle Regulierung, dass man einfach sagt, dass über zum Beispiel internetbasierte Vermittlungsdienste ausschließlich E-Mobile vermittelt werden dürfen. Dann wäre zum Beispiel auch die Konkurrenz zu den Taxis beschränkt, denn die Taxis sind ja in Berlin jedenfalls, solange ich mich erinnern kann, alle komplett dieselgesteuerte oder dieselbetriebene Verbrenner. Ich könnte mal mit einem Tesla gefahren, aber das ist wirklich... Aber große Ausnahmen, also im Prinzip sind das... Viele sind aber Hybrid, diese Toyota. Diese Toyota-Hybrid-Dinger, genau. Gibt es auch schon, okay. Ja, ja, ganz viel. Na, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber man könnte noch da mal überlegen, dass man da wenigstens so eine gewisse ökologische Steuerungswirkung damit verbindet, beispielsweise. Also das finde ich, das finde ich halt, denn ich finde schon, dass das Potenzial groß ist, so als ein Baustein, aber weil es eben nur ein Baustein ist, muss man wirklich ein klares Konzept haben. Wo sind Lücken, wo wollen wir, dass diese Dienste reinspringen und dann finde ich das auch richtig, das zu fördern. Aber einfach so scheint es mir ein bisschen, scheint es mir ein bisschen, Philipp, zu sein. Vielleicht könnte man, da gilt es aber auch zum Beispiel für die Free-Floating-Anbieter von Car, wie zum Beispiel Car2Go und DriveNow, ne? Die bieten natürlich auch die 47. Mobilitätsoption genau dort, wo es eigentlich jetzt schon gute Mobilität gibt. Und zum Beispiel schon bei dir, Philipp, wo du wohnst, darf man ja schon kein Car2Go mehr nutzen. Doch, Car2Go nicht mehr, aber DriveNow. DriveNow geht da oben, ja, genau. Genau, aber trotzdem, weißt du, eigentlich braucht man die noch vor allem in den Randgebieten und auf dem Lande, ne, solche Angebote. Und in den Innenstädten gibt es gute ÖPNV-Anbieter. Also ich glaube, da muss man sich wirklich mehr Gedanken darüber machen, wie man diese Angebote genau dahin lenkt, wo sie wirklich gebraucht werden. Zum Beispiel, dass man sagt, also hier Rosinen picken, nur Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings und so geht nicht. Sondern wenn ihr in Berlin tätig werden wollt, dann müsst ihr eben bis zur Stadtgrenze tätig werden. Irgendwie sowas. Also du brauchst auf jeden Fall als Kommunen planen, wie soll unser Verkehr aussehen? Was sind unsere Ziele? Was sind unsere Probleme? Was sind unsere Probleme? Und dann musst du irgendwie die Möglichkeit haben, deinen öffentlichen Nahverkehr so auszubauen. Dann musst du auch eben solche Pooling-Dienste ausschreiben können, etc. Aber ich meine gut, Scheuer hat jetzt diese Eckpunkte präsentiert. Er will es den Kommunen halt leichter machen. Das finde ich geht erstmal schon in die richtige Richtung. Aber da kommt es halt dann, glaube ich, sehr, sehr aufs Detail an, wie das am Ende auch sozial ausgestaltet ist. Was du ja auch nicht willst, ist, dass du auf einmal so ein Uber-Präkariat durch die Stadt fahren hast. Und alle verdienen irgendwie noch gerade mal Mindestlohn, wenn überhaupt. Ich fand, MyTaxi hat da einen Vorschlag gemacht. Die haben gesagt, man könnte sozusagen alle Beförderungsformen, macht man zu einem gemeinschaftlichen Gewerbe und gibt dann einen Preiskorridor vor. Also Obergrenzen für die Kunden und Untergrenzen für die Fahrer. Und darin können sozusagen diese ganzen Unternehmungen Taxi, Char-Sharing, Pooling und BVG oder öffentlicher Nahverkehr konkurrieren. Das finde ich zumindest mal bedenken. Ja, finde ich auch bedenkenswert. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass das doch sehr unübersichtlich wird, wenn Andrea Scheuer jetzt einfach versucht, da noch wieder für die verschiedenen Mobilitätsangebote verschiedene rechtliche Rahmen zu kreieren und die noch immer weiter auszudifferenzieren. Ja, Stichwort Verbotszonen und Gebotszonen, wo nur die einen, aber nicht die anderen und so. Das klingt alles extrem kompliziert. Und was mir so ein bisschen fehlt an dem ganzen Plan quasi, ist das Konzept, was wir denn eigentlich erreichen wollen, sowohl ökologisch als auch von dem Angebot für die Menschen in Deutschland, was das alles bringen soll. Weißt du, Liberalisierung des Mietwagenmarktes ist ja jetzt kein Zweck an sich. Es ist ja nicht als solches geil, dass wenn Uber in Deutschland so arbeiten kann wie in den USA, das ist ja kein Zweck an sich, sondern da muss man sich auch die Frage stellen, bringt das Fortschritte bei der Lebensqualität und bringt das Fortschritte zum Beispiel im Bereich CO2-Bilanz? Bringt das irgendwas, was darüber hinaus geht zu sagen, wir sind jetzt auch cool und machen mit bei diesem App-Business? Das meine ich mit den Zielen. Du musst dir überlegen, was willst du damit? Wie reduzieren wir CO2? Was für eine Flotte wollen wir haben? So, das musst du irgendwie, da musst du irgendwie einen Plan haben und das habe ich zumindest, ich habe diese Eckpunkte ja persönlich nicht gelesen, sondern weiß jetzt auch nur aus der Zeitung, FAZ, Handelsblatt haben recht ausführlich berichtet, haben wir verlinkt, was da so drin zu stehen scheint, aber fand es doch mal. Ja, finde ich sehr spannend, genau, auch aus Kundenperspektive und aus der politischen Perspektive und ich denke, es ist gut, dass Andreas Scheuer einen Aufschlag macht, aber jetzt muss man da glaube ich noch massiv nachsteuern, damit der eben nicht völlig verpufft, sondern damit es da wirklich konkrete Vorteile gibt für die verschiedenen Werte, die man so hat. Noch ein Thema haben wir, das im Bereich Mobilität spielt, Philipp, du hast dir nämlich mal angeschaut, wie es aussieht bei der Deutschen Bahn, unserem Lieblingsmobilitätsdienstleister, in Sachen Entschädigung, da hat nämlich bei den Kundinnen und Kunden so ein bisschen die Kasse geklingelt. Das stimmt, das ist meine Kappe, muss ich ehrenhalber sagen, sondern die dpa, die deutsche Presseagentur hat da mal nachgefragt, dann in ihrer Meldung ein, zwei Fehler eingebaut, die habe ich dann, habe ich dann die dpa drauf hingewiesen, dann haben sie es korrigiert, also aber im Kern hatten sie doch recht, also die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr 2018 sehr, sehr viel mehr Entschädigungen wegen Verspätungen gezahlt als im Jahr zuvor. Dazu muss man wissen, ab einer Stunde gibt es 25 Prozent vom Fahrpreis zurück auf Antrag natürlich und ausfüllen des Fahrgastrechteformulars, ab zwei Stunden kriegt man die Hälfte des Fahrpreises zurück und 2018 haben also 50 Prozent mehr Leute diese Anträge ausgefüllt, also 2,7 Millionen Bahnkunden haben das gemacht und haben dabei über 50 Prozent mehr Entschädigungen kassiert, nämlich 53,6 Millionen Euro. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt das, denn die verspäteten Ankünfte, das ist auch nochmal ganz interessant, habe ich auch nochmal mit dir mit der Bahn gesprochen, was heißt denn das jetzt, wenn diese, wie sind denn diese Statistiken zu verstehen, wenn es heißt, nur noch 74 Prozent der Züge sind pünktlich, also innerhalb von, also mit weniger als sechs Minuten Verspätung angekommen. Die zählen dann nicht die Züge, sondern die zählen die Ankünfte, also die zählen wirklich jede Ankunft in einem Bahnhof, verspätet, ja oder nein. Und da gab es also im 2000, von 2017 auf 18, 16 Prozent mehr verspätete Ankünfte in Bahnhöfen, jetzt ist aber die Zahl oder die Klagen, die Entschädigungen sind aber um 50 Prozent gestiegen. Und dann fragt man sich natürlich, woran liegt das und da muss man wohl sagen, die Verspätungen an sich sind wohl länger, da konnte die Bahn keine Statistik nennen, aber hier Allianz Pro Schiene, so ein Lobbyverband für Fahrgäste sagt, ja das scheint schon so zu sein, sprich du hast längere Verspätungen und verpasst dann eben eher deinen Anschluss. Und das führt dann halt zu großen Verspätungen von einer Stunde und mehr. Achso, weil so ein paar Minuten Verspätungen sind häufig nicht so schlimm, weil ja auch nicht in Umsteigezeiten eingeprägt werden. Genau, also kann sein, wenn du zehn Minuten Verspätung hast, dann kriegst du deinen Anschlusszug noch, aber wenn du eine halbe hast, dann sitzt du halt da und dann kommst du zwei Stunden zu spät an. Dann muss man sagen, die Bahn wird im März einen Fahrgastrekord vermelden, also es sind auch leicht mehr Leute mit der Bahn gefahren, verwundert ist also nicht, dass auch mehr Leute Antrag auf Verspätung Entschädigung zahlen, es sind auch ein paar mehr Züge eingesetzt worden. Die Bahn sagt aber in erster Linie langsam Unwetter, viele Stürme, mehr Böschungsbrände durch Trockenheit als im Jahr zuvor, es gab einen ICE-Brand auf einer wichtigen Strecke, wo wochenlang die Züge umgeleitet werden mussten, was zu riesigen Verspätungen geführt hat. Und, das sagen sie so ein bisschen unterhand, es gibt natürlich auch, die Kunden wissen natürlich besser über Rechte Bescheid, die Bahn war sehr in den Medien, viele hatten echten Hals und die Motivation dann so ein Fahrgastrechteformular auszufüllen, war dann wohl ein bisschen größer als in den Jahren zuvor. Aber was man eben zur Ehrenrettung auch sagen muss, die Bahn zahlt eben auch bei höherer Gewaltentschädigung, also Sturm etc., da sind sie wohl der einzige Verkehrsdienstleister, der da zahlt, also wenn ein Flug ausfällt wegen Sturm oder Blitz, da kriegst du nix wieder. Ja, nee, das muss man schon sagen, klar, diese Verspätungen sind häufig extrem ärgerlich, aber auf der anderen Seite gibt es eigentlich relativ liberale Regelungen, was die Entschädigung angeht, das Riesenproblem war halt bislang immer das Beantragen. Also diese Formulare sind ja wirklich surreal kompliziert und es sind vor allem ganz viele Dinge drin, die die Bahn eigentlich längst in ihrem System hat. Also man würde sich doch eigentlich wünschen, wenn ich mein Bahnticket, wie wahrscheinlich die allermeisten Menschen, online gekauft habe auf Bahn.de, dass ich dann in meiner, da kann ich ja, da gibt es ja eine Ticketrückschau, da kann ich mir ja alle Tickets angucken, die ich jemals gebucht habe. Und da möchte ich doch einfach einen Button nach der Reise, wo ich dann anklicken kann, dieser Zug war verspätet und zwar so und so lange und hier ist meine Kontoverbindung, oder? Das will ich doch haben, warum muss das so kompliziert sein? Also ich habe Karl-Peter Naumann das mal gefragt, der ist bei der Allianz Broschine so einer Nichtregierungsorganisation, die sich halt für ökologische Aspekte des Bahnreisens einsetzt und eben für die Rechte der Bahnkunden und habe ihn gefragt, wie wäre denn das so mit einer automatisierten Entschädigung? Das geht vielleicht noch einen Tick weiter, also sozusagen kann die Bahn nicht automatisiert entschädigen und da sagt er, sei schwierig. Eine automatisierte Entschädigung halten wir für problematisch, weil sie in vielen Fällen gar nicht machbar ist, weil nur in dem Fall, dass jemand mit einem Zug gebundenen Ticket im Fernzug fährt und nur im Fernzug fährt, kann sofort nachvollzogen werden, ob der Zug Verspätung hatte oder nicht. Die meisten Entschädigungen werden aber dort gezahlt, wo Anschlüsse verloren gehen, also zwischen Fernzug und Regionalzug. Und bei keiner Fahrkarte ist festgelegt, welcher Regionalzug zu nehmen ist und hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es kann durchaus sein, dass ein Zug eine Stunde Verspätung hat und dass der Reisende trotzdem pünktlich ans Ziel kommt, weil er seinen geplanten Zwischenaufenthalt verkürzt und dann ist natürlich keine Entschädigung fällig. Also hier gibt es viele Fragezeichen, ob das der richtige Weg ist und auch beim flexiblen Ticket und bei der Bahnkart 100 wissen sie ja gar nicht vorher, mit welchem Zug gefahren wird. Also ich finde, dieses Argument der automatisierten Entschädigung ist damit entschärft, weil einfach zu wenig bekannt ist der Bahn. Das würde ich auch nicht wollen, aber warum ist das so ein komplexes Papierformular sein? Und dann, weißt du, es ist einfach so ein Medienbruch, es dauert echt ewig das auszufüllen, du musst dann noch irgendwie deine Tickets im Original beilegen und der Witz dabei ist, das sind alles Schikanen, weil die Bahn doch diese Daten im System hat. Man ärgert sich darüber, weil das einfach nicht nötig ist. Genau, also so ein Button, das finde ich auch, da kann man dann ja vielleicht, da geht vielleicht noch irgendein Pop-up auf, wo du nochmal irgendeinen Grund angibst oder so, aber das war es dann auch so. Genau, einfach so ein ganz einfaches Formular, wo dann halt deine Züge schon vorgedruckt sind, die du ja gebucht hast. In der App, also warum soll das nicht in der App gehen, das verstehe ich nicht, viele nutzen die App. Also ich finde, ein Punkt, den Karl-Peter Naumann noch gemacht hat, ist so perspektivisch, dass er fordert, dass Entschädigungen eben nicht nur gezahlt werden müssen, wenn der Zug Stunde oder zwei Stunden zu spät am Ziel ankommt, was auf der Fahrkarte steht, sondern, dass die Entschädigung dann fällig wird, wenn du dein letztendliches Reiseziel nicht erreichst. Wichtig erscheint uns, dass noch mehr die gesamte Reisekette einbezogen wird. Das heißt also, für den Fall, dein Zug, der kommt zwar nur zehn Minuten am Ziel zu spät an, aber weil er nur zehn Minuten zu spät an, kriegst du noch keine Entschädigung, aber weil er eben so spät ist, fährt der Zug weg, der Bus weg, der letzte Bus, und du musst dann halt irgendwie, keine Ahnung, nach Hause laufen und bist dann halt zwei Stunden zu spät am Ziel, auch wenn dafür sozusagen für die letzte Meile du nicht die Bahn eingesetzt hast, trotzdem war die Bahn dafür die Ursache, dass du halt diesen letzten Bus verpasst hast und auch dafür sollte die Bahn Entschädigung zahlen. Da frage ich mich allerdings, wie du das nachprüfen willst. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich mir selber auch Sorgen über den Verwaltungsaufwand der Bahn. Also ich finde, man sollte erstmal die nahliegenden Möglichkeiten nutzen, nämlich die bestehenden Entschädigungsregelungen unbürokratisch, elektronisch, wie du sagst, in der App oder im Webbrowser geltend machen. Das wäre aus meiner Sicht das Ziel und das ist auch nicht so wahnsinnig komplex. Kann mir keiner erzählen, dass man die Dinge, die man da jetzt auf Papier eintragen muss, dass man die nicht auch in einem Webbrowser eintragen kann. Insofern würde ich da wirklich sagen, liebe Bahn, setzt euch mal ein Ziel für 2019, zeigt euch als kundenfreundliches Unternehmen, indem ihr hier ein einfaches, schnell auszufüllendes, möglichst weitgehend vorausgefülltes Webformular anbietet. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Wulf, irgendwie schaffen wir es nicht, unsere internen Zeitvorgaben so richtig einzuhalten. Wir sind jetzt wieder beinahe knappen zwei Stunden. What? Aber es war doch auch so schön. Ja, ich fand es auch. Ich weiß auch immer nicht, ob wir uns da jetzt künstlich stressen sollen und Themen rausschmeißen sollen, die wir dann schon vorbereitet haben. Ist doch schön. Wir haben ja schon jetzt Sachen rübergeschoben, die wir dann eher so... Ja, das wissen die Leute nicht. Wir haben schon gekürzt. Wir haben schon gekürzt. Es waren auch zwei Sachen in der Pipeline. Die kommen dann vielleicht beim nächsten Mal oder was auch immer. In jedem Fall freuen wir uns, dass ihr so lange dabei wart. Also mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir haben noch einen Gruß. Ja, das war nicht so. Wir haben nämlich eine sehr nette Erwähnung auf Twitter gesehen. Ja, genau. In einem Interview war es. In einem Interview bei T-Online, genau. Also wir grüßen ganz persönlich und von Herzen Benedikt Höwedes. Ich glaube, er sitzt in Moskau, spielt aktuell bei Lok Moskau, ist Profifußballer, war in einer Weltmeistermannschaft von 2014. Also wer sich um Fußball kümmert, wird Benedikt Höwedes kennen. Dem ist er ein Begriff. Und er hat halt bei T-Online auf die Frage gesagt, ja, wie informieren Sie sich denn in Moskau? Und dann hat er gesagt, ja, ich höre die Lage. Und das fand ich natürlich nice. Irgendwie eine schöne Sache. Genau. Vielen Dank für diese freundlichen, freundlichen Grüße aus Moskau. Und in diesem Sinne würde ich denken, macht euch ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr Lust habt, klickt euch ein Abo unseres Newsletters. Dann könnt ihr nämlich nachlesen, worauf diese Folge der Lage der Nation beruht. Genau. Und auch noch ein Plus-Abo, dann könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Am 9.3. gibt es bei kühnstudio.com. Steht auch in den Show Notes. Aber jetzt würde ich sagen, Klappe zu. Alles Gute. Schönes Wochenende. Schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.